TV-Straßensound Mein Name ist Burak und ja, ihr habt richtig gehört, Freunde, wir haben heute einen Gangster am Tisch. Maximilian Pollux ist am Start. Was geht ab, Digga? Alles gut, Mann. Berlin ist immer gut zu mir. Wirklich, ja? Ohne Scheiß. Woran machst du das fest? Ich glaube, ich habe hier noch nie eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht. Du hast noch nie eine schlechte Erfahrung in Berlin gemacht? Außer, dass ich mich halt verlaufregelmäßig so. Wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs bin und irgendwie, wenn du hier einmal falsch abbiegst, ist immer gleich eine halbe Stunde weg. Ey, das ist nicht überall so. Weißt du, wenn du in Frankfurt einmal falsch abbiegst, okay, halt zehn Minuten. Hier, halbe Stunde. Ja, Berlin ist reudig, was das angeht. Ich bin so ein Typ, ich kann mich auch null orientieren. Also ohne Google Maps bin ich auch einfach so richtig im Arsch. Ich bin froh, dass ich meine Schuhe finde ohne Google. Was nicht so geil ist, muss ich sagen, was mich sehr stört. Wie ist es bei dir? Relativ gute Orientierung. Braucht man die als Gangster, Gangster, Gangster. Digga, du hast so ein geiles T-Shirt. Da steht einfach dreimal Gangster drauf. Ja, das ist natürlich Merch, aber das war überhaupt nicht geplant, das Merch-Shirt anzuziehen. Sondern ich habe mir über mein weißes Shirt Kaffee geschüttet. Äh, nee, Nick Schmei. Ich habe mir Tomate. Was war das? Eine Tomate war es? Und in dem Moment, wo die Tomate fällt, du so, Headshot. Und ich so, er hat recht. Deswegen jetzt hier Merch vom Pollux. Ja, bist du denn ein Gangster? Würdest du dich heute noch als Gangster bezeichnen oder ist es wirklich nur Merch und ein bisschen Spaß dabei? Na, das ist Merch. Und vor allem der Gedanke hinter dem T-Shirt ist ja, hier ist einmal Gangster, Gangster und dann Gangster. Zerbrochen quasi. Zerbrochen. Also du wirst zerbrechen. Du kannst Gangster sein, du kannst Gangster spielen. Aber am Schluss wird dich das einholen, auch wenn du es sogar nur spielst. Das wird dich zerstören. Hm. Du bist ein krasser Typ. Du hast einen krassen YouTube-Channel, ja. Die zwei Sachen hängen aber nicht zusammen, Alter. Ja, krasser Typ, krasser YouTube-Channel. Das habe ich jetzt einfach mal mir erlaubt zu sagen. Ich finde, du bist ein krasser Typ, weil du auf deinem eigenen YouTube-Channel von deinen Erfahrungen sprichst. Als, ja, ehemaliger Gefängnisinsasse auch, ja. Es geht hauptsächlich darum oder sehr viel darum, wie war die Zeit von dem Knast, überhaupt das Thema mit Knast und dem ganzen Drumherum. Es geht aber auch natürlich um dein Leben als Krimineller, ja. Es geht um die Sicht der Dinge aus deiner Sicht, aber auch aus anderen Blickwinkeln. Also du machst eigentlich so ein ganzheitliches Programm aus deinem Leben, was du erfahren hast, was du gesehen hast und, was ich mega geil finde, bei dir kann man auch immer ein bisschen was mitnehmen. Du machst viel Präventionsarbeit, du gehst in Schulen rein. Dazu werden wir auch noch kommen, ja. Ja, ich will einfach mal für alle Leute, die vielleicht schon mal den Namen gehört haben, aber noch nicht so richtig was mit dir anfangen, können dich auch nochmal so ein bisschen vorstellen und sagen, erzähl uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Du warst zehn Jahre, über zehn Jahre im Knast. Unter zehn Jahre. Unter zehn Jahre warst du im Knast, aber so, das ist auf jeden Fall, wenn man schon unter und über zehn sagt, ne, und nicht irgendwie so, ja, ich war ein Jahr im Knast oder unter zwei Jahre im Knast. Monate, weißt du, zehn Monate oder zehn Jahre. Eben, das ist schon eine Nummer so, du warst unter zehn Jahre im Knast, aber es ist auf jeden Fall lang genug, um, denke ich, authentisch darüber erzählen zu können. Die Einstiegsfrage vielleicht, warum warst du überhaupt so lange im Knast? Bei mir war so ein bisschen die klassische Karriere, die du vielleicht bei Klienten von dir als Sozialarbeiter so triffst. Heute hätte man jugendliche Intensivtäter gesagt. Damals war es halt verhaltensgestört. Ich habe mit zwölf, dreizehn angefangen, Scheiß zu bauen und es ging dann eigentlich, ich habe mich recht früh entschieden, dass ich damit meinen Lebensunterhalt auch verdienen will. Das hatten wir auch schon mal, haben wir auch schon mal darüber geredet. Ich dachte, ich werde Gangster, um Geld zu verdienen. Das war so meine Motivation, dachte ich. Ich habe erst viel später verstanden, dass da noch viele andere Motivationen dahinter gesteckt sind. Ich habe dann Drogen verkauft, Raubüberfälle gemacht, so die ganzen finanzorientierten Verbrechen. Aber nicht irgendwie Betrug, sondern ich habe halt gedacht, der schnellste Weg ist, ich sage einfach, gib mir. Ich habe mir das Sachen genommen, habe das dann wieder reinvestiert in den Drogenhandel. Und irgendwann kam dann ein Haftbefehl mit 19, war dann ein paar Jahre auf der Flucht, also zwei. Und bin mit 21 verhaftet worden. Und dann war dann dieser Batzen an Sachen, für die ich verurteilt wurde, war dann plötzlich irgendwie Betäubungsmittel, Einfuhr von Schusswaffen, überbringen von Schusswaffen. Lauter so Sachen mit Waffengesetzen, die ich nicht mal kannte, gegen die ich verstoßen hatte, ohne es eigentlich zu wissen. Räuberische Erpressung, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Dieser Ganze wusste und am Schluss waren es 13 Jahre. 13 Jahre? Urteil so. Urteil, krass, okay. Also dann quasi über 10 Jahre war das Urteil, wenn du sagst 13 Jahre. Aktiv gesessen hast du aber unter 10 Jahre. Verteilt war es auf zwei Strafen, 11, 9, 1, 4 und habe dann 9, 8 insgesamt gesessen. Du erzählst es so, als wäre das so irgendwie, als wäre das was, was passiert ist und jetzt kann man darüber sprechen, wenn man fast ein Jahrzehnt im Gefängnis sitzt, wie das in deiner Zeit war, ich glaube von Anfang 20 bis Ende 20. 21 bis 31. 21 bis 31. Genau so diese Zeit. Genau, das ist ja eigentlich eine Lebensphase so, die man, also jetzt ist die Frage, welche Lebensphase will man schon im Knast verbringen, aber gerade die so, weißt du, wo man erwachsen wird, Pubertät und so, das ist ja gerade so der Übergang. Digga, wie war das für dich in dieser Zeit? Ich sehe es, ich habe erst vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, der insgesamt 24 gesessen ist so und da habe ich auch so, wo passt der 10er am besten rein, aber der 10er passt nirgends. Für mich erschreckendste wäre gewesen so, der Gedanke, wenn du 65 bis 75 zum Beispiel oder 70 bis 80, das ist für mich das erschreckendste, weil, ja, nein, die Veränderung ist so massiv. Und das Schlimmste, glaube ich, ist von 14 bis 24. Das ist, das ist tödlich. Die Leute, die ich kenne, die in so, die wirklich sehr früh, sehr, sehr jung rein sind, weil die Pubertät mit 21, klar, kommt noch und so, aber mit 14, 15, 16, wenn du in der Zeit in Haft bist, bist du über 20, das macht am meisten mit dir. Das ist etwas, was du auch sehr, sehr schwer wieder rauskriegst und mein ältester Bruder zum Beispiel sagt, also Bruder im Sinne, kannst du das Spiel erschneiden, das ist immer ein bisschen blöd, die Leute verstehen sich, also einer meiner Ältesten ist so. Bruder im Sinne von Bro. Ja, Bruder im Sinne von Bro. Nicht leiblicher Bruder. Aber er ist nicht Bro, Bro, sondern er ist auch, er ist kein Freund, sondern er ist näher an mir, ist wie ein Bruder. Ich werde ihn nie los. Der Unterschied zwischen Freund und Bruder für mich ist, wenn ein Freund oft genug Scheiße macht, dann irgendwann sind wir halt keine Freunde mehr. Weil, wenn dein Bruder Scheiße macht, egal was er macht, ich stecke mit ihm fest halt und der ist so, und der zum Beispiel war mit 14, fast 15 war der schon im Knast und er sagt halt heute noch solche Sachen wie, ja, meine erste sexuelle Erfahrung war, wie ich gesehen habe, wie jemand mit einem Besenstief vergewaltigt wurde. So, das sagt er so nebenher, das kannst du nie wieder ausgleichen, so deine erste sexuelle Erfahrung hat im Knast statt, also das darf nicht sein. Und bei mir mit 21, okay, ich habe so Sachen wie das erste Mal nass rasieren, habe ich im Knast gemacht. So, ich so, okay, wie funktioniert das jetzt so? Aber das ist, weil ich nicht so ein Bart hatte, wie du halt, weißt du, bevor Trockenrasierer hat halt gepasst. Aber so wirklich, mir kommt es vor, als wäre das eine gute Zeit gewesen, um im Knast zu sitzen. So, ich bin dort halt zum Mann geworden. Das ist okay. Wenn du dir dieses Leben anguckst, so vor der Knastzeit, in deinem Jugendalter, so, würdest du sagen, das war verdient? Also jetzt im Nachhinein, würdest du sagen, ey, das war verdient oder war das zu hart oder wie war das? Ich habe damals schon gesagt, das verdient. Also ich wusste ja, das war ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt halt mit Jugendlichen rede manchmal, dann so, ja, was ist die höchste Strafe, die du kriegen kannst mit 16? Und dann der so, ja, drei Jahre. Ich so, nein, Bruder, nicht drei Jahre, du kannst einen Zehner bekommen. Und dann so, was, zehn Jahre? Weil das ist, der wäre überrascht gewesen. Ich war nicht überrascht. Ich war zwei Jahre auf Flucht. In der Zeit habe ich mit meinen Anwälten geredet ständig und es hieß immer so, ja, du, das sieht nicht gut aus halt. Und die Höchstraf ist 15 und die werden in die Richtung tendieren. So, deswegen war ich nicht überrascht. Und verdient, ja, das ist halt die Frage. Ich habe mir die Frage nie gestellt, ob das verdient ist. So, klar, weniger Strafe wäre eher angebracht, hätte ich gedacht. Aber die Frage stellt sich nicht. Das ist das, was im Raum dafür stand. Fertig. Ich bin trotzdem geflasht auf jeden Fall, weil das Alter mich schockiert und wahrscheinlich ganz viele Leute einfach damit überhaupt nicht anfangen können, wie das Gefühl sein muss, als jugendlicher, junger Erwachsener, das zu machen so. Das Gefühl kann ich dir sagen. Ich habe mein, mit 21 bin ich ein, dann waren zwei Jahre ungefähr U-Haft, mit 23 also war die Verhandlung. Und während der Verhandlung, weißt du, was mein Gefühl war? Mein Gefühl war Trotz, mein Gefühl war Stolz. Ich habe, als er sagt, so, ja, in der einen Hauptverhandlung, elf, neun und so, ich habe meinen Kopf so, sieh ja gut, gib. Keine Angst gehabt? Hast Angst? Nicht, nein. Ich habe, diese Person, die ich war, hat im Gefängnis hervorragend funktioniert. Ich war 110 Kilo, habe kein Interesse gehabt eigentlich an so Sachen wie mit Frauen weggehen oder so. Das war mir alles egal. Was ich damals gemacht habe, bis auf viel Geld verdienen, weil das geht im Knast schwierig, aber alles andere konnte ich im Gefängnis machen. Kämpfen, Sport machen, Kontakte knüpfen, mich selber so als Krieger fühlen wollen. Ich wollte ja, ich wollte, ich wollte genau das sein. Mein, mein großer Bruder hat original gesagt, als ich in den Knast kam, er so, ja, du wolltest das immer, jetzt hast du. Und ich so, ja, aber ich wollte halt nicht so lange, so, ich wollte, drei Jahre wäre auch gut gewesen, so. Weil, du musst dir vorstellen, bei mir, die Leute, mit denen ich unterwegs war, die waren alle sehr langenhaft, ich war immer mit der Jüngste. Und da war immer dieses, ja, du warst noch nicht gesessen. Das war immer im Raum gestanden. Ich war damals halt mal U-Haft, mal ein paar Monate, dann mal Jugendarrest und so, aber ich habe noch nicht diese lange Haftstrafe gehabt. Und dann war immer, das wurde mir immer so ein bisschen vorgeworfen. So, ja, warte mal, wenn sie dir Pistole auf die Brust setzen und sagen, ja, du kriegst einen Zehner oder du verrätst alle, du wirst alle verraten wahrscheinlich. Du scheißer so. Und ich, dann sagst du, nein, würde ich nie, aber du kannst es nicht beweisen halt. Und mir war das echt damals, und das ist so pervers, das ist so krank. Ich wollte dieses Leid, um mich als Mann zu definieren. Und ich weiß genau, dass du verstehst, dass wir das Problem auf der Straße haben. So, wir haben, wir leben so ein bisschen in einer Zeit, in der es sehr schwierig ist. Wenn du ein Mann bist, der gut im Schlägern ist, dann hast du ein Talent, das dir überhaupt nichts mehr bringt erstmal. So, früher, vor 200 Jahren, hätte man gesagt, hey, schau mal, der ist voll stark und schnell und wenn man ihn schlagen will, kann er ausweichen und so. Und der hat auch noch Mut und Eier und ist vielleicht ein bisschen verrückt oder so. Es gibt eine Verwendung für dich. Heute, wenn du in der Schule so bist, deine Lehrer werden sagen, du bist falsch. Deine Eltern werden nur Ärger mit dir haben. Alles, was du kriegst, wird Kritik sein. Wir werden sagen, deine Fähigkeit ist gut zu schlagen, okay, dann, die darfst du nicht anwenden. Das heißt, mit einem Mal bist du, wenn du schlechte Mathe, Deutsch, Englisch so Dinge bist, dann was, dann bist du niemand. Und ich habe mich dann darüber definieren wollen so und bin halt in die einzige Welt, in der diese Eigenschaften, meiner Meinung nach, damals noch was wert waren. Und solange wir das nicht hinkriegen, dass wir diesen Leuten, die das als Talente haben, weil da gehört ja auch was dazu, so Mut oder so eine kranke Form von Ehrgefühl oder auch dieses Gruppenzugehörigkeit, hatte ich viel mehr als andere Leute. Ich habe für meine Brüder, wollte ich alles tun. Und solange wir den Leuten nicht eine Alternative geben, was sie mit solchen Fähigkeiten anfangen können, werden wir so Kids wie mich haben. Ich mache das heute, ich mache heute Antigewalt-Trainings in Schulen, dann kreiere ich Situationen, in denen du tapfer sein kannst. Ich gebe dir, ich schaffe Situationen, in denen dein Mut, deine Kraft, deine Schnelligkeit gefördert werden und wo du dann am Schluss sein Lob kriegen kannst. Das ist sehr wichtig, was du gesagt hast, weil dieses Ganze in die Schablone gepresst werden, geht vorne und hinten leider nicht mehr auf und auch schon seit Jahrzehnten. Erinnerst du dich an die allererste Scheiße, die du gebaut hast, die wirklich heftige Konsequenzen hatte? Ich rede jetzt nicht von einem Bleistift geklaut, sondern so wirklich, wo du gesagt hast, oh shit, da habe ich das erste Mal gespürt, da kommt was zurück. Also, ich war immer sehr schwer in Konsequenz, in Folge mit der Tat in Einklang zu bringen. Lass mich nochmal sagen. Ich war immer sehr, sehr schlecht drin, eine Tat und die Konsequenz in Einklang zu bringen. Weil oft liegt da viel Zeit dazwischen. So, deswegen, ich mache heute was und in zehn Monaten habe ich eine Verhandlung. Ich habe überhaupt als 14-Jähriger, das hat für mich keine Bedeutung gehabt. Ich wusste nicht, warum ich im Gericht bin. Und der so, ja, sie haben da und da. Und ich so, krass, Mann, wissen Sie, dass ich schon wieder dreimal beim Klauen erwischt wurde oder so? Ich so, oh shit. Und deswegen so die Strafe für mich nicht. Aber es gab so ein paar Vorfälle, wo eben, wenn Gewalt ins Spiel kommt. Zum Beispiel, ich weiß noch, das ist noch einer Fall, den habe ich auch schon ein paar Mal irgendwie erzählt. Wir hatten Schlägerei in der Schule mit einem. Und dann kam der Vater von dem irgendwie an die Schule und hat uns so, ja, jetzt nicht Ohrfeigen, direkt den einen wollte Ohrfeigen. Und hat uns halt so, hey, noch einmal fasst dir meinen Sohn an. Und wir gehen nach Hause, der hat uns eigentlich nicht wirklich geschlagen, aber wir gehen nach Hause und der Stiefvater von meinem besten Freund war gerade so aus dem Knast gekommen. Lenny hieß er. Lenny halt. Die Haare so zurückgegeben, so längere Haare, Hufeisenbart, Kreuz drauf und so ein Tunnel, so ein Hügel und ein Kreuz drauf tätowiert. Der hat mit einer Palmgarn mal eine Spielothek überfallen. Krass. Ey, und der war gerade draußen so. Und wir kommen heim und wir fangen so an, das so ein bisschen zu erzählen. Und wir blasen die Geschichte aber auf. Ja, und der hat uns dann so, der hat mich am Kragen gepackt, der Vater und so. Und dann hat er mir eine Offer gegeben und dann der Lenny, was hat der gesagt, ja. Und der hat gesagt, wir haben das so ein bisschen aufgeblasen. Wir haben ihn eigentlich schlimmer gemacht, die Tat, als der was es war. Und der packt uns ein, fährt ins Auto, fährt zu dem Typ nach Hause und klatscht den Vater. Ne. Aber wieso? Und wir stehen so im Gang und so. Ach du Scheiße. Was haben wir getan? Ja, okay. Und jetzt schlägt ihn halt, prügelt ihn zusammen so. Ach du Scheiße. So mit seiner Männerkraft so. Und wir so, okay. Das war sowas, wo ich mir, die Konsequenz Gewalt direkt aufgrund von meinem Verhalten. Das musste scheiß anfühlen. Hätte sollen. Für mich war das mit einer der Einstiege in die Kriminalität. Weil ich habe gesehen, eine Sache, an die ich lange geglaubt habe, so. Macht gibt Recht. Lenny war der mächtigste Mann sozusagen in dem Spiel. Er hat Recht. Und das habe ich oft auch heute mit Kids aus Missbrauchsfamilien oder so. Dass du sagst, Macht gibt Recht. Der Stärkere hat Recht, egal wie die Situation ist. Er drückt mich so lange, bis er im Recht ist. Und ich habe lange an das geglaubt sogar. Also ich habe mich damals nicht schlecht dafür gefühlt. Das ist jetzt nur zurück. Ich war damals so, okay. Und ich wäre auch nie von dieser Lüge runter. Ist ja irgendwo auch beeindruckend, wenn man diese Kraft und diese Macht dann irgendwie auch sieht. Und wenn du dann auch noch so ein bisschen abhängig bist davon, weißt du, und dir denkst, das ist ja auch cool irgendwo, weißt du, geht man dem natürlich gerne nach. Ich wollte es so werden, Mann. Ich wollte wie Lenny sein. Warum wolltest du wie Lenny sein? Warum wolltest du nicht wie der Papa sein, der versucht hat, für Recht und Ordnung zu sorgen, so auf seine Art und Weise? Ja, oder mein eigener Stiefvater, der vollkommen korrekt ist, sondern der sich immer Mühe von sich geben hat, immer fleißig war, immer erster in der Arbeit, letzter nach Hause und so. Damals hätte ich wieder gesagt, Geld. Heute ist es so dieses, hat viele verschiedene Intensivtäter, Jugendliche Intensivtäter haben immer so ein paar Motive, die andere Leute nicht haben. Eins ist zum Beispiel nie wieder Opfer sein. Ich werde nicht geopfert werden. Das war mein oberster Anspruch, ich muss Macht am Schluss haben. Dann wollte ich immer zu den gefährlichsten Leuten gehören. So, wenn da eine Gruppe war, mit der ich Spaß haben konnte und mit der es lustig war. Zum Beispiel, ey, eigentlich, Mann, und das merkt man heute auch so, ich bin eigentlich ein Nerdmann. Ich mag so, was weiß ich, ich mag alles Mögliche, Star Wars, Herr der Ringe, ich schaue mir alles an. Ich mag solche Sachen eigentlich. Aber hätte ich mit einer Gruppe von Jugendlichen rumgehangen, die so, wie heißt es, Dungeons & Dragons spielen oder so. Nein, hätte ich nicht. Ich wäre einmal gegangen, dann macht voll Spaß und so. Aber ich gehe am nächsten Tag nicht hin, sondern ich gehe zu denen, die rausgehen und schlägern. Obwohl ich eigentlich mich dort auch wohlgefühlt hätte. Ich habe diese Gefahr gesucht. Ich wollte zu denen gehören, die halt stark sind. Und ich dachte, es ist die einzige Chance, ein Held zu sein. Stell dir vor, wie ein Pirat. Ich wollte ja nicht böse sein. Wenn du jetzt in einem Film schaust, so einer wie Robin Hood oder so, das ist ja nicht der Böse im Film. So der Outlaw. Mann, Tupac, so Outlaw tätowiert. Ich wollte jetzt so sein. Ich wollte nicht böse sein. Ich habe bloß nicht verstanden, dass halt dann, wenn du so dich verhältst, wirst du halt am Schluss böse werden. Wenn du sagst, du wolltest auch schon ein Stück weit so kein Opfer sein oder der Held sein, klingt auch so ein bisschen danach, als würdest du das machen wollen, was du vielleicht nie hattest. Wenn du sagst, du hattest einen Stiefvater, ist natürlich auch meine Frage so, wo war dein leiblicher Vater? Ah, der war für den Arsch. Der war so, mein leiblicher Vater ist aus Guadeloupe. So, die sind, das ist ein bisschen eine andere Kultur, auch so, mein Großvater, väterlicherseits, hat 70 Kinder, sagen wir mal. So, der hat in jedem Land, der war Weltreisender, hat überall Filialen so gemacht, weißt du. Okay. Und als mein Vater ihn mal so getroffen hat in Paris und gefragt hat, so, ey, ja, ich bin dein Sohn, und der so, was wirst du denn? Ich habe 70 Kinder. Ach, was, okay. So, und mein Vater hat es an mich so weitergegeben auch. Irgendwann hat er mich besucht im Knast mal, schaut mich so an und er so, ey, das ist eine Sache, die habe ich echt gut gemacht, sagt er so. Meint mein Körper so. Ich so, was hast du, hast du dann gar nichts an mir gemacht. So, und der war einfach so, der war so emotional distanziert. Kein guter Mann. Kein guter Mann für dich nie gewesen oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, das hat er doch irgendwo gut hingekriegt? Hattest du überhaupt Berührungspunkte? Keine Berührungspunkte. Ich habe den das erste Mal, der ist gegangen, als ich drei war und das erste Mal bewusst gesehen habe ich ihn so mit 18. Nochmal, der ist gegangen, als du drei warst und bewusst wahrgenommen hast du ihn mit 18. Und in dieser ganzen Zeit? Nichts. Mal hin und wieder mal einen Anruf oder so, aber ich hatte keine Verbindung zu dem. Und mit 18 habe ich das erste Mal gesehen und ich dachte so, ey, das sieht aus wie Samuel L. Jackson. So, weiß ich noch, wie ich ihn gelönt habe. Okay. So von hinten so und von der Seite. Weiß nicht. Und ich weiß aber noch, trotzdem, obwohl ich keine Beziehung zu ihm hatte, bei dem ersten Treffen, ich habe mir teuerste Uhr, die ich hatte, damals eine Rado, so eine 1200 Euro Rado, irgendwie aus Weißgold angezogen, Hemd, schick angezogen. Meine Freundin musste sich schick anziehen, so kurz in der Rockding, Heusschuhe. Mein Hund habe ich mitgenommen, so extra. Ich wollte so, ich wollte ihn imponieren. Und das ist halt schon krass, wenn du eigentlich, das steckt in uns allen dann drin. Weil innerlich hätte ich immer gesagt, der ist mir scheißegal, aber trotzdem hätte ich ihn gerne imponiert, so. Ey, Väter, wenn ihr Väter seid, gebt euch Mühe, Mann. Das hat Folgen, das hat Folgen, Kids, die, die, auch wenn man es nicht fühlt, mir hat das erst in Therapie, Jahre später, eine Therapeutin eigentlich so gesagt. Sie so, schau mal, selbst wenn du es nicht fühlst, trotzdem war für dich innerlich so, als wäre ein Teil von dir abgelehnt worden. Weil sogar auch deine Mutter hat keinen Kontakt mit deinem Vater, also lehnt sie einen Teil von dir ab. Und so, und das hat Folgen. Ich habe die nie bewusst gespürt, aber guck, was passiert ist, ich meine. Das ist ja das, ich meine, du kannst so viel erzählen, wie du willst und ich genauso, wir alle genauso, wenn wir sagen, so, das ist mir scheißegal, wer ist das, mein Vater, der soll sich ficken oder egal. Wie oft hörst du das von Klären? Genau, ich höre das so oft, aber ich denke mir, eigentlich würdest du lieber sagen, so, ey, mein Papa ist stolz auf mich, der ist da für mich, der ist mit mir, weißt du. Also, ich kriege so, dieser Gedanke so und ich habe das, auch wenn er mir egal ist, so war ich, wie hier sitze ich, ich meine, ich war auf der Beerdigung, der ist eine Woche bevor ich entlassen wurde, gestorben im Grunde so. Und als ich dann am Grab irgendwann war, habe ich nichts gefühlt, also ich habe nicht geheult oder so, würde ich bei meinem Stiefvater, wenn mein Stiefvater irgendwann gehen muss, ey, dann werde ich weinen. So, aber trotzdem, so der Gedanke, dass er sagen würde, so, ja, ich bin stolz auf dich oder so, das wäre schon, das fühlt sich irgendwie an halt. Mit Sicherheit, das ist ja auch etwas, was in dir steckt, weißt du. Und du bist ja dann auf die Bahn geraten, auf die du geraten bist und möglicherweise… Du, ich muss dich unterbrechen, ich sage, nee, ich bin auf die Bahn geraten. Das ist immer so, als wäre das nicht. Das ist so, ich bin auf die schiefe Bahn geraten, ist so ähnlich wie, ja, das war Gruppenzwang. Nein, Mann, keine Gruppe zwingt mich. Ich wollte Teil der Gruppe sein, also, die haben mich nicht gezwungen, ich war Teil der Gruppe. Genauso, ich bin nicht auf die schiefe Bahn geraten, sondern ich habe Lenny gesehen und ich so, wow, Alter, ich will auch so sein. Einer meiner Onkel war Gangster. Ich so, ich habe den gesehen, ich so, ey, ich will das auch, was du machst. Und habe jeden Tag dort rumgehangen und war halt, ich habe mich angebiedert, so an die Leute, so, hier bin ich, hier bin ich, ey, ich mache, ich mache, ich mache. Ich bin da nicht, ich bin reingegangen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, du bist auf die Bahn geraten, auf die du geraten bist und nicht auf die schiefe Bahn, auf die du geraten bist, weil das wollte ich dir offen lassen, ja, weil wer entscheidet schon, ob was schiefe Bahn ist oder nicht. Natürlich, es gibt eine Gesellschaft und darin gibt es den geraden Weg und alles andere ist dann Interpretationssache. Aber du bist auf die Bahn geraten, auf die du geraten bist, meinte ich eigentlich so in dem Sinne, du bist den Weg für dich gegangen, den du als richtig damals empfunden hast oder vielleicht auch einfach der einzige Weg, der überhaupt möglich war, ne? Ich habe die Bahn gewählt. Ja. Ich habe die Bahn gewählt, so, mir war egal, ob die schief oder Ding, sondern ich wollte so sein. Hattest du falsche Freunde? Ich war selber ein falscher Freund. Weißt du, das ist so, meine Mom hat gesagt, ey, häng nicht mit Francesco rum, häng nicht mit denen rum, häng. Und ich habe, und seine Mutter hat gesagt, ja, häng nicht mit Maximilian rum, der macht nur Scheiße. Weißt du, das war so, ich war selber der falsche Freund. Also falsche Freunde sind ja, würde ich sagen, Freunde, die einen dazu verleiten, Scheiße zu bauen, Miss zu bauen. Und wenn du sagst, du warst selber ein falscher Freund, was hast du dazu beigetragen, dass deine Leute Sachen gemacht haben, wo man eigentlich sagen würde, muss das sein? Ich glaube, es geht schon damit los, dass du halt lustig findest, wenn einer irgendwas Dummes macht. So geht es bei Kindern los. Du motivierst dich, ich war auch Klassenclown so, in dem Alter. Du motivierst jemanden, der tritt dem anderen den Stuhl weg und du feierst ihn dafür. Okay, das ist schon, damit bist du schon Teil dieses Problems. Aber als Kind kannst du das halt schlecht lenken. Ich habe halt lustig gefunden, was ich lustig gefunden habe. Bei mir war dann eher, ich habe recht früh so echten Ehrgeiz an den Tag gelegt, wenn es um so Sachen ging wie, okay, wer hat Peace zu Hause? So, okay, keiner, gut, ich fahre nach Holland. Kommst du mit? So, ich brauche einen, der mitfährt. Da war ich schon die treibende Kraft. Recht früh habe ich, ich bin mit 13 das erste Mal nach Holland gefahren, von Nürnberg aus. Und dann am Anfang benutzt worden, so ein bisschen von meinem Onkel auch. Und später komplett Eigeninitiative. Alter, ich habe 35 Mark Wochenendticket mir geholt. Ich war elf Stunden unterwegs nach Kaltenkirchen, so dann siebenmal umsteigen. Teilweise in Frankfurt. Überall musstest du dann vier Stunden warten, bis der Anschlusszug wieder fährt. Nur um irgendwie für 300 Mark Peace zu kaufen. So, weil ich nicht mehr Geld hatte. Und das habe ich dann gepusht. Dann hatte ich 500, bin nächste Woche wieder. Und am Montag in die Schule halt. Und da ist schon, da kannst du bei mir schon so, später die Gutachter und so, die sprechen bei sowas halt so von dieser hohen kriminellen Energie. Weil ein Kumpel ist dann mitgefahren, ein Wochenende. Nächstes Wochenende, der so, ey, bist du blöd? Gebe ich mir nicht. Dann nächstes Wochenende fahren wir, wir werden, was weiß ich, in Venlo oder in Maastricht überfallen. Nachts so. Weißt du, ein paar alte Kennex nehmen uns einfach die Sachen weg. So, weißt du, hat noch, ich weiß noch, der eine Bull Terrier dabei, der so voll, ich bin 14 Mann, natürlich nimmst du mir alles weg. Dann nächstes Wochenende, ich so, ja, ich habe wieder Ding, wir müssen los. Der so, ich fahre nie wieder. Halt, bist du blöd? Die haben uns Ausweise damals weggenommen und so. Ich hatte Kinderausweis, weißt du, damals, der war aus Papier so ein Kinderausweis, Mann. Und wir haben keine Ausweise. Ich so, ja, das geht schon, das geht schon. Ich fahre wieder. Ich fahre allein. Ich habe unterwegs, du konntest bei 35 Mark Ticket, konntest du ganz am Anfang bis zu fünf Leute finden, die mitfahren. Und dann für 35 Mark ganzes Wochenende fahren. Überleg mal, heute fährst du dafür nicht mal mehr, ein Tag in Berlin oder so. Und dann habe ich mir die Leute unterwegs gesucht und bin jedes Mal beim Umsteigen. Ich so, hey, wo fahrt ihr hin und so. Ich habe noch Platz auf dem 35 Mark Ticket, fahre mit mir mit und so. Wer macht denn sowas, weißt du schon? Und das habe ich so weit hochgetrieben, bis es halt darum ging, was weiß ich, kiloweise Coca oder Heroin zu pushen. Also da hat das angefangen, würdest du sagen, dass du als Jugendlicher einfach vielleicht durch deinen Onkel oder dein Umfeld einfach gesehen hast, ey, das ist cool, das ist beeindruckend. Geld war ein Thema, du wolltest auch Geld verdienen, möglicherweise, weil du vielleicht auch nicht so viel Geld hattest oder ihr als Familie so. Und dann hast du angefangen, bis du dann irgendwann 19 warst, 18, 19 und dann so dicke Scheiße gebaut hast, weil die Sachen einfach immer schwerer wurden, krasser wurden, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt auf Flucht. Ich habe ein Haftbefehl bekommen, war eine blöde Geschichte, hat jemand ein Messerstich in den Hals bekommen, dann bist du plötzlich ein Mittäter in so einer Sache. Dann kam ein Haftbefehl. Mir ist interessant gerade auch nochmal, ich habe auch, weil wir sind ja, wir reden ja auch über Hip-Hop heute und so. Und ich habe zu der Zeit, das war meine Mucke, 13, 14 ging schon los, war meine Mucke eigentlich bis heute. Und wenn ich so überlege, was ich mir für Musik auch angehört habe, ich habe jetzt nicht geschaut, okay, was ist der beste Beat? Oder was ist angesagt? Was feiern die meisten? Klar habe ich ein paar gehört und dann Biggie und so, aber ich war zum Beispiel, ich habe, Wu-Tang habe ich zum Beispiel, ich verstehe Wu-Tang, ich fahre auch, aber ich habe, ich war immer West Coast eher so, ich habe West Coast gefahren. Und was ich gehört habe, Messy Marv, St. Quinn, Doja Click, Street Military, ich habe so voll die, ich habe das damals noch nicht mal richtig verstanden. Und es ging immer nur um Kohle, 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 weißt du noch? Also ich habe mir das rein, ich habe die Musik auch benutzt, um mich so zu indoktrinieren. Deswegen, da ist nicht der Künstler schuld, sondern der Art, wie ich konsumiert habe. So nur solche Musik, nur Kriegsmusik den ganzen Tag. Mich hättest du nicht mit Talib Kuehli hinterm Ofen vorlocken können, so weißt du. Okay, krass. Aber dafür bist du ja auch heute hier. Wir wollen auch natürlich über Hip-Hop sprechen, über Rap sprechen. Ich weiß, dass du Rap feierst und Fan bist. Deswegen habe ich dich eingeladen, auch unter anderem auch. Und interessant, dass du das sagst, dass du das so auch genutzt hast, diese Musik, um dich so vielleicht ein bisschen zu pushen und so. Das ist ja auch aktuell immer wieder mal so Thema, inwiefern ist Rap ein Problem bei Jugendlichen? Ist das Verherrlichen für bestimmte Sachen und so? Vielleicht können wir auch gleich darüber noch ein bisschen sprechen. Erlaube mir aber, diesen Gedankengang noch zu Ende zu bringen, weil es mich mega interessiert. Du erzählst davon in deinen YouTube-Videos und das finde ich mega spannend. Aber natürlich würde ich auch gerne wissen, wie das für dich war, mit noch Anfang 20 einen Haftbefehl zu kriegen und fliehen zu müssen. Weil das ist vielleicht in deiner Welt oder so, wenn du das sagst, etwas, was vorkommt oder was man mal erzählt oder was du selber erlebt hast. Aber zu fliehen ist ja was, was eigentlich ein Mensch niemals erleben soll oder die wenigsten wahrscheinlich auch erleben. Bro, weißt du, wie viele Millionen Flüchtlinge haben wir gerade auf der Welt so? Also das ist nur die, manchmal musst du fliehen, ohne dass du selber was dafür getan hast. Und ich bin aufgrund dieser Fluchterfahrung, habe ich auch eine andere Meinung, glaube ich, als viele Leute in Deutschland so hinsichtlich eines Flüchtlings. Ich sage das immer wieder, du weißt, ich bin Sozialarbeiter und ich habe 2015, wo diese ganzen Flüchtlingswellen waren, an der Front gestanden und habe Jugendliche aus Afghanistan oder Syrien betreut, 30, 40, 50 Stück. Ich weiß, was das heißt und was ich damit sagen will, ist so, kein Mensch sollte fliehen müssen und viele, viele Menschen sind auf Flucht. Ich glaube weltweit, ich weiß nicht, was ich letztens gelesen habe, um Millionen, über Millionen. Nur gerade auch in unserer Gesellschaft, weil wir einfach hier sehr privilegiert sind und in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt keine Kriege hier hatten. Also zumindest keine Kriege, wo Menschen in Massen fliehen mussten. Wie war das für dich, als du entschieden hast, okay, ich muss jetzt weg, Alter, die Scheiße dampft? Die Frage ist ja immer so, du hast ja eigentlich nur noch, der Haftbefehl kommt, so, SEK läuft ein, ich war nicht da, weil, na, typisch übrigens, was viele Leute machen, sie bleiben bei ihren Eltern gemeldet. Und denken, ja, wenn mal Hausdurchsuchen ist, gehen sie zuerst zu den Eltern, kann ich scheiß aufräumen, wo ich jetzt bin. Ja, was ist, wenn ein SEK kommt? Weißt du schon, die kommen auf eure Eltern, ja, super halt. Weißt du, wenn es blöd läuft, dann schießen sie meinen Bruder halt so, oder den Vater, oder klatschen die Mutter am Boden und so. Na toll, so war bei mir. Und dann hast du nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich oder du gehst auf Flucht. Also ich würde jedem raten, heute sich zu stellen. Verschiedene Faktoren. Einer davon ist zum Beispiel, desto länger ihr auf Flucht seid, desto höher wird eure Strafe, weil ihr auf Flucht Straftaten begeht. So, außer ihr habt zehn Millionen, von was willst du leben? Später ging es bei mir nicht mehr um die Sachen, die ich vorher gemacht habe. Später ging es eigentlich nur noch um die Sachen, die ich auf Flucht gemacht habe, weil die halt gesagt haben, na, das reicht. Scheiß auf das, was davor warst du jugendlich, wir nehmen dich jetzt die letzte. War das krasser? Waren die Straftaten in irgendeiner Form schwieriger? Ja, du, ich habe in Tschechien, in Slowakei. In Amsterdam gelebt und so. Da wird nur mal ein anderer, wenn du sagst. Gerade so, Amsterdam ist für ein westliches Land, also die Niederlande sind für ein westliches Land extrem gewalttätig, wenn du in kriminelle Strukturen reinschaust. Wenn du in Amsterdam, ein Stadtteil wie Belma, Alter, das ist, okay, wir haben Neukölln, wir haben Belma, Mann. Belma kannst du, da fährt nachts kein Taxi rein. Da fährt, da gehst du nicht hin, so, das, ich weiß noch, ich war dort, ich habe einen Piddy von einem Freund dabei, ne, kleinen gestrommerten Piddy. Ich habe meinen American Bulldog 46 Kilo dabei und ich gehe nachts Gassi und ich gehe so raus und plötzlich so sechs, sieben Jungs schauen so, laufen mir nach. Weißt du, ich meine, ich habe zwei Monsterhunde dabei, Alter, ich habe eine Knarre, ich nehme die Knarre raus, habe die in der Hand und stehe am Eck und ich sehe, die schauen so und die überlegen immer noch, ob sie mich überfallen sollen. Ach du Scheiße. Weißt du, das ist immer noch so, die besprechen sich so, ja, wir können, ich so, ey, Alter, was ist das los mit euch, ich meine, ich bin Gassi, ich habe eine Knarre und die wollen trotzdem kommen, so. Also das war schon anders. Ne, das war schon anders, das hat mein Leben gefickt, die haben mich zerstört, diese zwei Jahre. Das kann ich niemandem raten. Aber wenn ihr auf Flucht sein wollt, ihr könnt auch nicht im selben Stadtteil bleiben, dann werdet ihr verhaftet, also du musst ja weit weg. Du lebst ja auch ein Leben als, also du darfst ja nirgendwo auffallen, auch im Ausland natürlich nicht, ne, so eine Polizeikontrolle und dann hast du ja eh schon. Polizeikontrolle ist jetzt kein großes Thema jetzt in Ländern wie Slowakei oder Tschechien, du wirst es nicht. Auch in Niederlande, wenn du dich halbwegs, ich bin einmal dort kontrolliert worden und habe gesagt, ich habe meinen Ausweis im Hotel so und dann bist du ein Mensch interessiert so, ne. Das ist jetzt, in Berlin kannst du auch schaffen, ohne kontrolliert zu werden, wenn du wirklich jetzt darauf aufpasst. Das Ding ist eher so, du hast keinen Pass, keine Vernünftigung, du hast keine Krankenversicherung, du hast eigentlich kein Bankkonto. Damals war Internet noch nicht so, es war alles ein bisschen analoger. Wie mietest du eine Wohnung, man, das ist richtig Stress, du musst die Bar mieten, ich muss die eigentlich von jemandem mieten, der schon krumm ist so. Und wenn ich dem jetzt sage, ich zahle dir halt drei Monate, sechs Monate im Voraus in Bar, dafür fragst du mich jetzt nicht weiter, ne. Dann weiß der aber auch schon, dass was nicht stimmt. Wer sagt dir, dass er nicht die Bullen ruft und sie dir schickt. Ja, oder wer sagt dir, dass der nicht das Geld nimmt und irgendwie. Ja, und dann die Bullen ruft. Genau. Dann hat er die Wohnung wieder leer, so weißt du, also du bist die ganze Zeit in so einer Scheiß-Situation. Die Leute denken immer, ja, ich gehe dann zu meiner Familie, ich habe Familie in Spanien, ich bin dort hingegangen. Was? Innerhalb kürzester Zeit fühlst du dich unwohl, weil du weißt, du bringst alle in Gefahr um dich rum. Und dann auch noch so, ich hatte Kinder in der Family so, die konnten nicht lernen meinen neuen Namen zum Beispiel. Da war immer Maximilian aus Deutschland so. Ich so, ey, das kannst du nicht sagen, bitte sag anders. Und könnt ihr eurer Familie überhaupt sagen, dass ihr auf Flucht seid oder habt, weißt du, die sagen immer, ja, ich gehe zur Türkei, ich gehe zur Türkei. Ja, kannst du dort sagen, dass du ein Haftbefehl in Deutschland hast oder musst du dann dort sagen, ja, ich bin nur ausgewandert. Aber dann darf auch, das ist sehr, sehr schwierig. Ich kann das niemandem empfehlen und auch, es ist auch gefährlich. Weil was macht ein Krimineller, wenn er herausfindet, du hast ein Haftbefehl? Wärst du mir damals begegnet zu der Zeit, wo ich so unterwegs war und ich höre, du hast ein Haftbefehl, dein Leben ist vorbei. Ich entfülle dich an Ort und Stelle, bunker mich mit dir und jetzt schauen wir, wen kennst du, der Geld für dich schickt. Und wenn keiner Geld für dich schickt, man, der schmeißt dich in den Fluss. Was? So läuft das ab, ja. Wen interessiert es? Wenn mich einer dort umgebracht hätte in Slowakei, wen hätte es interessiert? Die Cops wissen nicht, dass ich in der Slowakei bin. Meine Eltern wissen nicht, wo ich bin. Meine Freunde wissen nicht, wo ich bin. In Deutschland wirst du gesucht? Ich werde ja sowieso gesucht. Wenn ich nicht mehr auftauche, dann bin ich halt ein ewiger Haftbefehl. Und wenn ich auftauche, dann ist es ja, okay, wie viel Mühe gibt sich jetzt die Polizei in der Slowakei, ein Typen, der ein Haftbefehl in Deutschland hat, den Mord aufzuklären. Kein Mensch interessiert das. Und Leute, das ist auch die Erklärung, warum. Ich höre immer von den Deutschen so, ja, die schicken nur die jungen Männer. Ja, was, Mann? Schick mal eine Frau durch fünf Länder. Schick mal eine Frau. Griechenland, Ungarn, Türkei. Und dann soll sie hier ankommen, in einem Stück. Weil was machen Gangster, wenn sie eine Frau finden, die keinen Pass hat, die keine Verbindungen hat? Deswegen kommen die jungen Männer, ja? Nicht, weil die hier ein Land übernehmen wollen oder so, sondern weil das Scheiß gefährlich ist, hierher zu kommen. Übers Mittelmeer. Natürlich schickst du den, der die größte Chance hat, das zu überleben. Natürlich. Die Deutschen verstehen das nicht. Zumal die meisten Frauen oftmals Kinder haben, ne? Dann noch eine Frau mit Kind, jede Frau mit Kind, die es hierher schafft, Mann. Wisst ihr, durch was die gegangen ist, für ein Leid. Und das ist so ein bisschen, ich habe so einen Bezug zu Flüchtlingen, aber ich würde mich nie auf diese Stufe stellen dürfen, weil ich habe selber verkackt. Weißt du, ich hätte einfach hier leben können in Frieden. Stattdessen habe ich Krieg angefangen und dafür. Die Ursache war eine andere, aber du hast dasselbe Leben gelebt ein Stück weit. Ähnlich, ich habe dadurch gesehen. Genau, du hast die gleichen Filme gehabt und so. Aber du wurdest ja dann, irgendwann wurdest du ja gestoppt, irgendwann wurdest du ja gefasst. In Holland selbst noch mal. In Amsterdam, so ja. In Amsterdam. War das gewollt, war das gestellt oder? Von denen, ja, ja. Okay. Es war, warte kurz. Es war ein bisschen ein blöder Zufall. Ich war schon so lange unterwegs, dass du auch nicht mehr alles siehst. Weißt du, die erste Woche, ersten Monat, erste drei Monate, du siehst noch alles. Du bist super auf Strom, die ganze Zeit. Da ein bisschen Drogenkonsum hat sich eingeschlichen. Die Gewohnheit hat sich eingeschlichen. Du kannst, Panik kannst du nicht ewig aufrechterhalten. Wir alle haben es gemerkt mit Corona letztes Jahr. So ey, erst jeder, und dann irgendwann so, okay, jetzt haben halt alle jetzt. Und dann Maske, niemals. Jetzt haben alle Maske. So man gewöhnt sich an alles. Und ich hatte mich so ein bisschen gewöhnt schon an diesen Zustand. Jemanden besucht im Grunde, der überwacht wurde. Und was ich damals auch nicht wusste, so die deutschen Behörden dürfen Verdächtige im Ausland überwachen. Die haben mit Holland ein Abkommen, die dürfen das. Die dürfen dort sitzen. Die dürfen keine Knarre haben, aber die dürfen dort sitzen. Okay. Und es war Zufall, dass LKA München hatte dort jemanden, der mich erkannt hat. Ach. Und sie so, ey, ich kenne den Typ, weißt du. Und dann, okay, das ist er. Und dann haben sie mich halt bei nächster Gelegenheit, als ich die Wohnung verlassen habe, hat mich ein holländisches Arrestate-Team, heißen die. So be unser SEK. Da haben mich dann verhaftet. Wie ist das abgelaufen? Ja, gewalttätig. Die haben sich als Müllmänner verkleidet und haben auch die Straße gesperrt gehabt, was ich halt nicht wusste. Und ich komme so raus und ich sehe die Müllmänner schon. Und der eine war Marokat. Und ich sehe ihn und ich sehe, er sieht hart aus. Du kennst manchmal, wenn du jemandem begegnest und selbst wenn er, egal ob der Müllmann ist oder Metzger oder Bäcker, ich sehe, er kämpft so, wenn sein muss, er fightet so. Und ich sehe, okay, warum? Bei sowas, ich habe sogar, das ist auch vielleicht ein Typ für die Straße, ich habe mir eigentlich ein nettes Nach-Unten-Nicken angewöhnt. Und als Jugendlicher war ich immer so, wenn er aggressiv war oder so nach oben auch. Und damit eskaliert ihr schon. Ich empfehle euch, wenn ihr, damit macht ihr euch nicht klein, sondern damit zeigt ihr einfach eine Höflichkeit, nach unten zu nicken. Und ich weiß noch, ich nenne ihn so nach unten. Und in dem Moment, der andere schlägt mir schon auf den Kopf halt. Ach was. Und dann eher auch so zack. Dann sind die Müllmänner auf die Schuhe. Aber ich habe es gar nicht mehr gesehen. Ich war, der Schlag, der erste Schlag schon, meine Brille ist so geflogen. Und ich war, es ist peinlich zu sagen, aber ich habe die Nacht dort genommen auch, war wach gewesen, die Nacht durchgezogen halt. Nicht in bester Verfassung. Ich war 15 Kilo abgenommen in den zwei Jahren. Ich habe damals schon graue Haare mehr gehabt als jetzt. So voll. Meine Seiten waren grau halt. Und die haben, ich weiß nicht, ob die das normal immer auch machen, die hatten einen Sack, so einen Sack über den Kopf, so wie so ein Plastiksack. Wirklich? Ich habe nichts gesehen, nichts mehr gehört unter dem Ding, weil ich schon Kabel bin da drauf. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie es alles danach weiterging. Rein ins Auto, innerhalb von 20 Sekunden war ich schon im Auto eigentlich so. Krass, zack, zack. Eine Müllabfuhr und durch. Was dachte ich? Ich dachte, okay, jetzt bin ich entführt. Ah ja, du hast gar nicht an Bullen gedacht. Ich dachte nicht, dass es die Bullen sind. Wirklich. Ich dachte halt, okay, jetzt, im Kopf habe ich schon gerechnet, ich kenne keine Nummer auswendig. Das war auch so, die Leute dann immer, ja, im Filmen rufst du dann immer irgendwie, ich kenne keine einzige Nummer auswendig. Ich hatte eine Nummer, so, Festnetz, von einer Freundin, so, weißt. Jugend, Kinder, die können wir anrufen, das ist die Einzige, die muss zu meinen Eltern. Meine Eltern müssen irgendwie Kredit aufnehmen. Was weiß ich, wir brauchen jetzt, ich rechne halt 50.000 mindestens, so brauchst du. Damit du, ja, 100. Du denkst schon im Kopf so, okay, ich habe halt, ich weiß, wir haben selber Leute entführt. Ich weiß, wie du am besten sowas überleben kannst, so, dass du eigentlich eine Verbindung herstellst. Darauf reagieren aber auch nicht alle Leute. Also musst du erst wissen, welche Sprache wird gesprochen, so, damit ich halt, und dann habe ich auf Niederländisch halt immer so, ja, bin ich von der Polizien, wo bin ich? Ja, was will ich hier? Keine Antwort, keine Antwort. Und dann sitze ich im Auto und ich merke aber, wie die fahren. Weil das ist Innenstadt, das ist Koning-Rinnenstraat, das ist Innenstadt Amsterdam, Alter. Wie wenn du hier am Hauptbahnhof, also, ne? Und ich merke, wie die fahren. So, und ich sitze halt so im Auto, weißt du, der eine drückt mich so nach unten und ich merke, wir fahren extrem ruckelig, so extrem schnell halt. Und dann dachte ich mir schon, vielleicht sind es Wohlen halt. Weil, warum sollst du so schnell fahren? Ja, normal fährt man, fahr schön. Einfach jetzt, du hast mich unten, du brauchst nicht mehr. Und die sind so gerast, dann dachte ich, es sind Cops halt und dann waren es auch Wohlen. Und ich war so voll, weißt du, weil die dann, ich hatte dann schon wieder meine Eier so zurückgefunden, weil in dem Moment, wo, du kannst, der härteste, der härteste, der härteste. In dem Moment, wo STK, du weißt ja auch, es ist besser, wenn du es nicht geschafft hast, dich zu wehren, wenn du Kabelbinder dran hast, schon ist es vorbei, dann brauchst du auch nicht mehr. Dann nur noch richtige Amateure machen eigentlich, ja, die schimpfen, 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 was? Was ist, wenn es eine Entführung ist? Jedes Mal, wo du schimpfst, schlage ich dir einen Zahn aus halt. Also, ich bin dann immer gleich sehr höflich. Und mache, versuche mich jetzt nicht aufzuspielen. Und dann aber in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass sie Bullen sind, ich dachte mir so, ja, was, ja, was, schon die Schachtel. Haben sie mir so die Klamotten runtergeschnitten. Und die Knarre hatte ich schon verloren beim Ding. Ich hatte den Knarre dabei, einen 9mm sogar. Und dann sind die auch sauer. Weil das ist dein Statement im Sinne von, für die Polizisten, die haben schon davor gehört, du bist gefährlich so. Und dann finden sie eine Waffe halt. Dann ist, jetzt, ab jetzt, können die auch Handschuhe runter machen, so gesehen. Und dann haben die mich so nackt ausgezogen. Und er macht die Kabelbinde auf. Und die drücken mich so an die Wand. Und ich hatte ein Hängemesser noch dran. Ah ja. Und die haben das am Boden nicht gesehen. Weil das ist so wie nur die Kette halt. Und dann gehe ich hoch. Und während ich hoch ging, klappt das so an die Dinge. Und ich mache tatsächlich noch so. Also, ich versuche so hinzukommen. Weißt du? Okay. Ich weiß, ich komme nicht hin. Da sind zehn Leute hinter dir halt. Aber nur so. Ich habe öfter solche Sachen gemacht, dann im Umgang mit der Polizei, wenn es dann hinter verschlossenen Türen. Und dann da schon ein bisschen. Wenn die sehen, dass du nach was greifst. Ich wollte gar nicht. Ich mache nur Spaß. Aber ich war damals Polizei, ich war sehr feindselig der Polizei gegenüber. Wir standen so. Guck mal, du erzählst, dass du eine Knarre dabei hattest. Dass du ein Messer um den Hals hattest. Du hattest Hunde. In der Geschichte davor so. Also, dieses Leben, was du hattest, gleicht ja fast schon im Krieg. Wie ein Rap-Video. Ein bisschen wie ein Rap-Video auch, ja. Auf jeden Fall. Aber nur halt ohne die Kameras, ja. Weil, warum läuft ein Mensch voll bewaffnet durch die Amsterdamer Innenstadt? Und was hat der zu erwarten? Also, wenn ich eine Waffe dabei habe, muss ich ja auch damit rechnen, dass ich sie vielleicht einsetzen muss. Ich habe immer gesagt, wenn ich verhaftet werde, schieße ich. Das hast du immer gesagt? Habe ich immer gesagt. Habe ich mir selber auch vorgenommen. Im Nachhinein kann ich dir nicht sagen, ob ich an der Stelle dann, wenn ich jetzt die Chance gehabt hätte. Aber ich war auch kein Teumann. Ich habe Schießübungen mehr gemacht als die Polizisten. Da bin ich mir sicher. Wenn die einmal in der Woche schießen gehen, ich war fast jeden Tag schießen halt. Also, dreimal die Woche auf jeden Fall. In Tschechien, ich war sehr oft am Schießstand. Ich war sehr oft in der Natur schießen, alle möglichen Kaliber. Ich war gut da drin. Und da ist auch wieder was. Schau mal, diese Fähigkeit. Nicht jeder ist gut drin. Ich habe Brille sogar. Ich sehe nicht gut, aber ich kann gut schießen. Sowieso. Also, zumindest die kurzen Distanzen, die ich geübt habe, kann ich gut schießen. Und das ist eine Fähigkeit, die hätte man nutzen können. Das hätte man sehen können. Man hätte sagen können, so ein Junge hat, schau mal, der hat ein Verständnis für solche Sachen. Und der interessiert sich dafür. Ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf für meine Mutter. Wie soll sie sagen? Ich glaube, du wärst gut in der Armee oder so. Aber das wäre das Einzige, vielleicht nur gewesen, hätte man sagen müssen. Polizei, Armee, sowas. Du musst zum Bund. Polizei war ich schon recht früh so, finde ich scheiße halt. Da hatte ich schon recht früh meine Meinung. Aber Bund wäre eine Möglichkeit gewesen. Als meine Mom dort das erste Mal angerufen hat, war es schon zu spät. Da war ich schon so 18 und schwerst viele Anzeigen gehabt. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, dass man halt eine Möglichkeit geschaffen hätte für solche Kids. Okay, deine Fähigkeiten trainieren wir und wir geben dir gleichzeitig aber auch ein Kodex an die Hand, dass du halt nicht den selbst finden musst. Weil mein Kodex war so, ja, irgendwie, ich tue niemandem, was der mir nix tut, aber so lose. Ja, ich bin froh, dass ich nicht die Möglichkeit gehabt habe, zu schießen. Sonst hätten die mich erschossen. Du brauchst nicht denken, dass du eine Schieße hast. Du brauchst nicht denken, dass wir gegen die Polizei gewinnen können. Das ist so geil, dieser Gedanke so. Ja, Mann, ey, ich habe eine Knarre. Ich hatte eine Knarre. Ich hatte eine AK. Ich hatte einen M16. Ich hatte Schale. Ich hatte Munition. Ich habe so viel Waffen gehabt. Was, Mann, das ist, das ist, das ist, was, die haben Panzer, die haben Hubschrauber, die haben echt Scharschützen, so. Was willst du? Die haben unendlich Geld, unendlich Zeit. Unendlich Ressourcen. Unendlich Ressourcen. Da, wo du schläfst, arbeiten drei, vier Leute an deinem Fall, so. Was willst du, was denken wir eigentlich, dass wir das gewinnen können? Wenn ihr wirklich so, dann könnt ihr, dann könnt ihr alles machen. Ey, dann könnt ihr auch begeilzt werden auf dem legalen Weg, so. Dann macht was anderes. Es gibt ja auch diese, es gibt ja auch auf deinem YouTube-Kanal, während du diese Videos machst, fütterst du ja alles mit Bildern auch. Da gibt es ein ganz berühmtes Bild, wo diese Waffen auch auftauchen, von denen du erzählst. So ein Schwarz-Weiß-Bild mit Waffen und so. Also, wir können, ich kann ja mit dir mal reden, auch was für Stufen es gibt, die man im, also allgemein unter Gangster versteht, ne? Ist es, ist man erst ein richtiger Gangster, wenn man Waffen besitzt und krassere Sachen macht? Ist man schon Gangster, wenn man im kleinen Maß Gras dealt? Weil, was du mir erzählst, ist ja schon richtig Hollywood-Shit, Alter. Jetzt ärgere ich mich für meinen Gangster-Gangster-Shit. Leute, die mich nicht kennen, haben jetzt voll den falschen Eindruck. Ey, ich bin, jetzt bin ich Sozialpädagoge, ja? Jetzt bin ich sogar, also wünsche ich, ich habe keine Ausbildung, aber ich sehe mich als, nenne mich Antigewalt-Trainer, nenne mich Jugendcoach. So, das ist, was ich heute bin. Nur einfach mal zwischenrein, gemeinnützigen Verein, weil wir jetzt so viel über das Gangster-Ding, das fehlt mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich halt, weil ich das jetzt auch noch auf dem Scherz stehen habe. Ey, also, was ist ein Gangster? Ein Gangster ist eigentlich jemand, der sein Geld mit Kriminalität verdient. Fertig. Ist ein Berufsverbrecher für mich. So. Ob der Waffen hat oder nicht. Ich habe vor kurzem mit jemandem geredet, der im Grunde an der Börse Geld verdient hat oder mit Martin Forst, der eine Plattform aufgebaut hat, auf der Leute Drogen verkaufen können. Ist für mich auch ein Gangster. So. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen, wer was krass ist. Weißt du, das kommt immer darauf an. Ich war ein kleines Licht im Drogenhandel. Mann, was ist das? Zehn Kilo Speed mal ein Kilo Koks. Das ist nix. Nix. Ich war nicht an der Tonne dran oder so. Ich habe nicht sieben Tonnen übers Meer geschmuggelt. Ich hatte nur das Pech oder, was heißt Pech? Ich hatte halt, meine Kontakte waren ein bisschen anders. So ein kleines Beispiel, der, mit dem ich am meisten unterwegs war, so zu der Zeit. Der hat mir zum Geburtstag wasserdichte Socken geschenkt. So voll die Gore-Tex, bla bla, so Socken. Die sind 80 Euro Socken, was weiß ich. Die sind Hammer. Die brauchst du und so. Weil, wenn du nachts draußen bist und so und in deinem Gebüsch sitzt und so, brauchst du die so. Ich so, Alter, was? Weil das halt sein Ding ist, nachts in deinem Gebüsch sitzen, Alter. Der kauft sich ein Nachtsichtgerät, nicht eine Rolex. Das waren solche Leute halt, die einfach, deswegen auch die Waffen. Ich habe, über die hatte ich so diesen Fable für Waffen. Und dann kaufst du halt, wenn du dann irgendwie 1.800 Euro hast, kaufst du halt dann eher so einen, schaust du halt, dass du eine vollautomatische Waffe kaufen kannst, bevor du halt irgendwie eine Uhr kaufst. Nur eine Uhr trägt man und besitzt man oder ist eine Investition. Was war eine Waffe für dich? Was wolltest du damit machen? Also die Waffe, die ich jetzt zum Beispiel dabei hatte, das war die Waffe, mit der hätte ich geschossen, wenn was wäre. Aber ich hatte auch Waffen, mit denen ich jetzt niemals, also du gehst normal nicht, du kaufst dir nicht eine seltene, schwer zu kriegende Waffe mit einem komischen Kaliber und gehst dann damit in den Streit oder so. Weil dann musst du sie wegschmeißen. Du willst diese Waffe ja dann, ich habe die auch gesammelt zum Beispiel. Ich habe abends dann mich immer hingesetzt, was weiß ich, eine Line gezogen, auseinandergebaut, zusammengebaut, geputzt, zusammengebaut. Auch wenn die nicht geschossen wurde, einfach nur zwei Wochen, drei Wochen lag, okay, geputzt. Das war so ein bisschen mein, keine Ahnung, vielleicht war es auch so das Image, was ich mir selber haben wollte, so der Typ. Und dann bist du noch auf Fluchtsweihe und hast keinen Kontakt zu normalen Menschen. Ich habe keine Freundinnen, ich habe keinen, ich habe niemanden, niemanden, der mir normalen Input gibt. Und dann sitzt du halt abends so da und denkst, du bist wie Leon der Profi, man putzt dein Ding, redest mit keinem, hast eine Pflanze, die du gehst. Weißt du, ich meine, das war ein Film, ich war auf einem komischen Film. Ich spreche es halt so an, weil natürlich, man könnte auch sagen, du sammelst Waffen, du gehst auf einen Schießstand, es ist Schießsport, es gibt viele Erklärungen. Aber ich meine, du warst auf Flucht, warst relativ oft bewaffnet, hättest sogar mit einer Waffe geschossen, hast Waffen gesammelt, hast sie geputzt, warst relativ isoliert. Das klingt halt alles in allem nach einem sehr wahnsinnigen und sehr krassen Leben. Weißt du was, ich habe vor kurzem, ich mache gerade einen Podcast bei Podimo, könnt ihr euch reinziehen. Da habe ich eine Folge gemacht über Blutdiamanten. Und dabei ist mir eingefallen, dass mein Wunsch, als ich damals in den Osten bin, beziehungsweise als ich aus dem Osten weg bin, also ich bin dann von der Slowakei nach Spanien, war mein Wunsch, ich gehe rüber und gehe von Marokko nach unten und gehe nach Westafrika und steige in den Diamantenhandel ein. Ich war ein komplett gestörter. Ich dachte, naja, das hört sich an wie ein richtiges Scheißbusiness oder was soll ich schon da. Die hätten mich so zerfetzt wahrscheinlich. Aber ich dachte halt so, warum nicht halt. Für mich war das, ich wollte unbedingt so sein. Und es hat auch echt viel damit zu tun, mit was du dich halt fütterst. So mit wem du dich umgibst und so. Und auch wenn ich heute Leute von früher sehe, die jetzt noch leben oder was, ey, die sind auch immer noch auf ähnlichen Filmen. Keine Ahnung, also ich war echt, ich war ein Gestörter halt. Und dann kam das Kapitel mit dem Zugriff Holland und dann ging erst mal die U-Haft los, nehme ich an. Dann U-Haft, auch ewig, U-Haft halt zwei Jahre. In Holland selber? Nee, in Holland erst mal. So neun Monate, glaube ich, warst du in Holland? Erst mal auslieferungshaft mit einer Menge Scheiß, dann zwei Jahre U-Haft in Deutschland. Du hast U-Haft dann also auch in Holland erlebt? Das war eher auslieferungshaft und dann isolationshaft, weil es blöd gelaufen ist bei mir einfach. Kannst du den Vergleich so ein bisschen ziehen? Viel besser. Bevor wir auf die Zeit nach Deutschland kommen, war Holland anders? Holland ist viel humaner, der Strafvollzug. Das ganze Land ist besser. Also immer wenn du guckst, wie machen die Niederländer, ist es ein bisschen besser, als wie wir es hier machen. Es liegt halt auch daran, es ist ein kleineres Land. Du kannst manche Sachen leichter umsetzen. Ich rede jetzt nicht mal von dem großen Cannabis-Legalisierung, sondern überhaupt viele Dinge laufen dort ein bisschen besser halt. Ja, man hat manchmal das Gefühl, die sind in manchen Dingen ein bisschen liberaler. Ein bisschen liberaler, es ist durchmischter. Natürlich hast du Rechte und den ganzen Scheißdreck auch, aber dadurch, dass es... Wenn du jetzt nach Bayern guckst und so, das ist halt schon was anderes als Hamburg auch. Und die Niederlande sind ja eher diese Öffnung, dass es Häfen gibt, dass es auch etwas Schreckliches, wie dass es Kolonien gab, hat dazu geführt, dass es halt eine durchmischtere Gesellschaft ist. Die haben zum Beispiel auch, worüber du streiten kannst, aber sind Quoten. Diese 25% Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst und so, die sind halt einfach zu besetzen. Und dadurch hast du halt arabische Richter, dadurch hast du halt all diese Durchmischungen und so. Und dadurch ist das Land halt einfach ein bisschen mehr in Bewegung und so. Kommt es mir vor. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt den direkten Vergleich ziehen, bin ich trotzdem froh, dass wir in Deutschland keine Bezirke haben, wo kein Taxi rein darf. Hat alles Vor- und Nachteile so und wenn wir Holland in den guten Sachen loben, muss man auch sowas sehen, weißt du? Weißt du, das kann ich dir aber auch erklären. Das Problem, das die Niederlande haben, ist dadurch, dass zum Beispiel die Cannabis-Legalisierung dort ja schon seit 40 Jahren oder was, oder 50 Jahren, zieht die Niederlande den Dreck aus allen Ländern an. Das ist nicht denen ihre Schuld. Das ist unsere Schuld. Wer geht dorthin? Ich, wie ich früher war. Jetzt gehe ich nicht mehr dorthin zum Wohnen, aber wie ich früher war, mit einem Haftbefehl und einer Knarre und dem Wunsch, einen Drogendealer zu haben, dann gehe ich dorthin. Hätten wir hier auch liberale Drogengesetze, dann würde es die Not nicht mehr geben, dass die Leute sich dort sammeln. Auch der Drogentourismus, der fällt sofort flach, wenn wir auch endlich vernünftige Gesetze machen. Also da können die weniger dafür als wir. Das sind tatsächlich die, die dorthin gehen, sind problematische Menschen aus anderen Ländern und die benehmen sich dann dort scheiße halt. Also ganz Belma ist so, dieser Bezirk ist so, weil wir das Geld dorthin tragen. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Also so wie wie Mexico. Mexico ist nicht im Arsch wegen Mexiko, sondern Mexiko ist im Arsch wegen den USA. Die bringen die Waffen und das Geld. Das ist halt immer so die Frage von Ursache und Wirkung, was du gerade erzählst. Ich würde noch sehr gerne viel länger darüber sprechen, was in Holland und in Deutschland nicht so gut läuft und besser läuft. Aber konzentrieren wir uns wieder auf deine Story, weil gerade sind wir an einem Punkt, was mich mega interessiert. Nämlich das, was du eigentlich auch in der Öffentlichkeit aktiv betreibst. Nämlich darüber zu erzählen, wie deine Zeit war im Gefängnis, warum alles passiert ist so. Und du hast, wie gesagt, ich kann es nur nochmal erwähnen, mein Lieben Freunde, check den YouTube-Kanal Maximilian Pollux. Da sind die Einstiegsvideos einfach mal so ganz krass Realtalk, wie für dich die Zeit im Gefängnis war. So hast du, glaube ich, den Kanal auch gestartet vor etwa einem Jahr so um den Dreh. Und das hat ja so einen Rückenwind bekommen. Es ist sehr gut angekommen. Was mir an den Videos natürlich zeitbedingt auch immer so ein bisschen fehlt, ist aber auch die Geschichte dazu, wie man sich gefühlt hat. Und du machst da keine 10-Stunden-Videos, sondern kurz und knapp und sachlich. Ah, schon lang für YouTube. Ich mache schon immer so 25 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Haben alle gesagt, das geht nicht. Alle so, du musst sieben Minuten machen, die Leute können sich nicht konzentrieren. Wie du auf deinem Channel, auch wir beide sind so, wir sind die Grandpas, Alter. Wir setzen uns hin und reden 25, 30 Minuten. Nee, ist auch scheißegal. Weil wenn das Thema, ey, ich glaube, du bist eh nicht irgendwie, ich glaube, wir fühlen uns jetzt nicht so als YouTuber in dem Sinne, dass jetzt alles so irgendwie angepasst sein muss. Wir machen einfach unser Ding. Aber bei deinem Kanal finde ich es halt krass so, du erzählst von den Sachen und man klebt halt übelst an deinen Lippen, weil man glaubt dir einfach den Scheiß, den du erzählst, weil es halt einfach so authentisch ist. Du bist in Amsterdam geschnappt worden, bist nach Deutschland gekommen, du warst gerade mal 20 Jahre alt und dann ging es los. Erzähl mal. Du, also, vielleicht ein Wort noch zum YouTube-Channel, weil für Leute, die mich nicht kennen, ich weiß, dass ich, ja, aber jetzt YouTuber erzählt er hier mit Knarren, das, das. Leute, ich habe, Jugendarbeit mache ich seit fünf Jahren, ungefähr. Gehen Schulen, gehen Wohngruppen, gehen Jugendhäuser, gehen Gefängnisse. Und letztes Jahr kam Corona. Und mit einem Schlag war diese Arbeit nicht mehr möglich. Ich konnte am Anfang noch die Klienten in Einzelbetreuung sehen, dann aber nicht mal mehr das so. Und das war sogar schwierig, ne? Also es war alles, du weißt ja, brauche ich dir nicht sagen. Und die Frage, was, dadurch ist der YouTuber-Kanal entstanden, nicht weil ich Bock hatte, YouTuber zu sein. Das war so die Ursache, das Motiv. Ich so, ey, ich wollte nie YouTuber sein, das muss ganz klar sein. Sondern es war, ey, wie kann ich jetzt noch Leute erreichen? Und dann hat damals eine Freundin zu mir gesagt, mach doch, mach das doch online. Ich so, ich kann doch nicht Präventionsarbeit online machen, das macht keinen Sinn. Und sie so, dieses Fitness-Influencer. Und sie so, ja, wenn ich Leute dazu kriegen kann, mehr Sit-Ups zu machen und gesünder sich zu ernähren, dann kannst du auch Leute dazu bringen, weniger Drogen zu nehmen und nettere Menschen zu sein. Und ich so, hat sie recht gehabt, die Frau. Und jetzt haben wir halt tausende, tausende Male Feedback von jungen Menschen, dass es funktioniert. Und wenn es nur der Gedankenanstoß ist, heute mal keinen Raub zu machen oder sich bei seiner Mutter mal zu bedanken, die für ihn kämpft seit Jahren oder den Bruder zu verstehen, der gerade nach zehn Jahren Haft entlassen wurde, warum der so still ist oder warum der so komisch ist. Ja, oder du ergreifst ja auch Stimme. Du bist ja auch eine Stimme für all die Menschen, die vielleicht in der ähnlichen Situation sind, aber einfach diesen Weg noch zu gehen haben oder vielleicht auch gehen müssen oder nicht gehen sollten am Ende des Tages, bist du da und verkörperst es ja. Deswegen habe ich so Respekt davor und noch was. Hier, Sozialarbeit und ich sehe dich als Kollege, ich sehe dich auf Augen mir und mir ist es scheißegal, ob du soziale Arbeit studiert hast oder Pädagogik gelernt hast. Es juckt mich am Ende des Tages wenig, wenn du mit vollem Herzen hinter der Sache stehst und das zählt. Und was du mit deinem YouTube-Kanal machst, hat so einen krassen Mehrwert für die Gesellschaft und für diese ganzen Kids und auch ich kenne Kids, die Gangster sind, die Gangster sein wollen, weil sie glauben, dass es das Endform-Lied ist, dass es geil ist. Aber deswegen feiere ich deinen YouTube-Kanal so, du erzählst, ohne diese Leute zu verurteilen. Du erzählst deine Geschichte, das ist real, das ist sympathisch, das ist authentisch und gibst damit Leuten auch die Möglichkeit, du kannst mit niemandem reden, versuch es mal mit mir. Ich bin genau so wie du und wir gehen denselben Weg, ich bin ihnen schon gegangen, guck mal, was du davon haben kannst, das feiere ich extrem an dir. Und deswegen bin ich auch froh, dass es Leute wie dich gibt, weil es ist diese Pädagogik, die sich nicht irgendwie von Anfang an hinstellt und mit dem Finger auf irgendwen zeigt und von oben herab sagt so, ich habe das studiert, ich habe das gelesen, ich weiß, wie es geht und du hast es genau so zu machen, wie ich dir das sage, weil so ist der richtige Weg. Das gibt es nicht, das ist Bullshit, weißt du? Deswegen meinen allergrößten Respekt. Das ist natürlich, ich habe den Vorteil dieser Geschichte so. Ich habe den, oder was heißt der Geschichte? Weißt du, mein Vorteil ist, ich habe diese Narben, so seelische und körperliche und dadurch kann ich, habe ich einen großen Vorteil, wenn es darum geht, Leute zu erreichen. Ich kann sagen, ich sage, nee, du hast. Ich sage, ich habe. Wenn ich sage, ich habe meiner Mutter wehgetan, dann kann der junge Mensch, wenn er möchte, in sich gehen und überlegen, oh shit, ich habe meiner Mama auch wehgetan. Oder ich, wenn ich weitermache, werde ich ihr auch wehtun. Das brauche ich nicht sagen. So klug sind die schon, die kriegen das schon mit. Das kommt von selber dann, genau. Und dieses, was wir auch beide wissen, wenn ich, mir ist aufgefallen, ich bin oft der erste Erwachsene, aber ich habe so das Gefühl, ich bin der erste Erwachsene, der zu denen eigene Fehler eingesteht, so auf die Art so, hey, ich bin fehlerhaft, ich habe Scheiße gemacht, ich reiße raus, gucke an. Und dadurch kommt zurück so, ey, vielleicht kann ich ihm auch von meinen Fehlern berichten. Das ist mein Vorteil mit der Arbeit. Und deswegen, ich bin froh, dass der YouTube-Channel funktioniert, so. Ich hatte nie vor, Influencer zu werden, so. Jetzt gibt es dieses Wort Sinnfluencer, so. Jetzt habe ich mir überlegt, so, okay, komm, die Reichweite oder auch den Status, so dessen, der, wie du sagst, Realtalk macht oder so, zu nutzen. Und dann sage ich auch andere Dinge und die funktionieren auch. Also, ich habe ja eine Plattform, die ich versuche, das Gute so einzusetzen. Und klar ist das auch der Versuch, die Waage. Und das ist ja auch was, man denkt so, du machst nur Scheiße, du machst nur Scheiße, du machst nur Scheiße, aber glaubt mir irgendwann, sobald euch das bewusst wird. Bei mir gingen die Albträume zum Beispiel los, in dem Moment, wo ich ein besserer Mensch werden wollte. So, als ich selber auf meinen Film noch war. Ich habe geschlafen mit meinem Baby. Klar, so, man, eigentlich auch Drohungen genommen oder so, aber es gab kein Schuldbewusstsein. Und dann, wenn ihr euch irgendwann, es gibt immer diese Momente, die kommen. Weißt du, es heißt die Geburt des Kindes. Mit der Moral kommt die Verantwortung. Dann kommt die Verantwortung. Und sobald du das verstanden hast, kannst du eigentlich auch nicht mehr weiter so handeln. Und so war es bei mir so. Es ist bis heute halt. Also, ich habe oft, ich danke, der Channel hilft mir selber auch so. Das wollte ich dich noch fragen. Es wirkt auch so ein bisschen selbsttherapeutisch. Ey, es ist so wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl auch so, da waren wir ja gerade stehen geblieben, du bist im Knast, nicht ganz zehn Jahre, aber dieser Haftschaden, den man daraus erleidet, ist ja auch nicht unter den Teppich zu kehren. Und manchmal habe ich das Gefühl so, wenn ich mir deine YouTube-Videos angegucke, wo du auch manchmal emotional bist, wütend bist, rumschreist, traurig bist, sensibel bist, dass ich mir denke, ey Mann, der therapiert sich auch ein Stück weit selber vor der Kamera. Weiß der das überhaupt? Kriegt der das überhaupt mit? Weil nach außen ist das so eine starke Darstellung. Und das finde ich umso geiler, Digga, weil, was ist ein Gangster? Ein Gangster ist hart, ein Gangster ist krass, ein Gangster zeigt keine Gefühle, ein Gangster ist immer stabil. Aber das funktioniert ja nicht. Wenn die wenigsten sowieso sind so. Also, das ist ja klar, die meisten sind Drogenverseuchte, Wracks, Alter. Weißt du schon? So impulsive Scarface. Die meisten wollen wie Tony Montana sein. Wisst ihr was? Das ist ein komplettes, der ist ein Arschmann. Der ist gar nichts. Der ist nur, basiert nur auf Rumschreien und Wut und impulsiven Verhalten hier rechts und links. Das war auch ein Bild übrigens, was ich dachte, was ein Mann ist. Unberechenbar. Das ist eine scheiß Eigenschaft. Das ist nicht gut, wenn ihr unberechenbar, das ist nicht eine schöne Eigenschaft. Das macht euch, wisst ihr was? Das ist super unsympathisch. Mega und mega schwach auch. Mega schwach. Unberechenbar ist nur ein Wort für keinen Plan haben. Dieses impulsive, aggressiv gegen die eigene Familie, gegen die eigenen Freunde, das ist ja auch so. Ihr denkt, als Gangster denkst du am Anfang oder als Jugendlicher, der Gangster sein wird, denkst du, ja, ich gehe auf die Straße, ich verhalte mich so und so, ich besorge mir diese Maske, Stürmhaube sozusagen im übertragenen Sinn und dann komme ich nach Hause und dann nehme ich die runter. Aber wenn ihr irgendwann kommt, ihr nach Hause und kriegt das Ding nicht mehr runter und dann schreit ihr eure Mutter an und dann schlagt ihr eure Frau und dann und so weiter. Und dann seid ihr scheiße zu euren Kindern, weil der Stress, das frisst sich in euch ein. Und mir manche Dinge, die ich dann, ich schreibe vorher Skript, ich schreibe immer, jede Folge habe ich davor eigentlich einmal aufgeschrieben. Nicht Wort für Wort, aber so, was ich sagen will. Und beim Schreiben passiert es manchmal. Da passiert es dann massiv, dass ich mir denke, okay, das will ich nicht sagen oder ich sage es trotzdem. Und wenn ich es dann ausspreche, kommt dieses, was man vielleicht als therapeutischen Effekt so sehen könnte. Und manchmal fern mir dann nochmal einen Aspekt an. Kennst du selber, im Gespräch kommen dir die besten Dinge nochmal so. Und wo ich aber für mich selber den größten Mehrwert gesehen habe jetzt das letzte Jahr ist, ey, es gibt kein Zurück mehr. Früher, so gerade die erste Zeit nach der Haft, sogar die ersten Jahre noch in der Präventionsarbeit war ich noch nicht über dem Berg. Also ich habe das benutzt, um meine Dämonen zu beschäftigen. Präventionsarbeit auch, dieses Reisen, neue Leute treffen. Ich hatte viel von meinem alten Beruf, so du kommst in eine Klasse, Alter, oder ich habe dir vorher erzählt, du kommst in ein Jugendgefängnis. So, ich weiß, da sitzen jetzt acht, neun Leute, die sitzen teilweise schon zwei Jahre, vielleicht sogar schon sechs Jahre und so weiter. Und jetzt haben die gehört, da kommt morgen einer, der war selber im Knast. So, was denken die? Ja, wer ist der Pisser, was will der mir erzählen? Was will der, weißt du schon? Und dann sitzen sie so drin, so. Und du kommst so rein, kommst so rein und das ist ein bisschen wie früher, du kommst in einen Raum, wo du triffst einen Dealer, den du noch nicht kanntest, einen Kunden, hast irgendein Gespräch, musst irgendwas, das ist so eine Tension, Spannung, so eine Spannung in der Luft, so. Und dieses Gefühl, Mann, ich habe das ja gelebt früher, das war ja so, meine Haare gehen hoch, weißt du schon? Und das habe ich damit auch wieder befriedigt, so. Ja gut, zu Ende ist, das Schönste ist natürlich in so einem Effekt, wenn von der Haltung dann so geht und zugehört wird und mitgeredet wird und am Schluss heißt, okay, aber immer danke für deinen Besuch, so. Das ist das Schönste. Aber ich habe das benutzt, um mich zu entwickeln und auch zu festigen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt, ich kudau am Schlägerei oder was, das wäre mir so peinlich, Alter, das geht gar nicht, es gibt kein Zurück, ich bin jetzt plötzlich YouTuber und Maximilian Pollux halt, der ist jetzt, ich bin auch nicht mehr nur dafür bekannt im Knast gewesen zu sein, sondern es ist jetzt so, ey, ich versuche eine gute Stimme so zu haben. Ja, absolut. Und das hat mich gefestigt. Ich nehme dich auch gar nicht wahr als der YouTuber, der im Knast war, sondern viel mehr als das, als Persönlichkeit auch, ja, du bist ja auch jemand und das ist aber natürlich ein krasser Auffänger, weil die wenigsten Leute, die diesen Job machen, Präventionsarbeit in den Schulen machen, waren irgendwie so lange weg und haben die Scheiße erlebt, die du erlebt hast, ja. Und übrigens feiere ich das auch sehr, dass du nicht dieses Ego hast und irgendwie dann vor diesen Jugendlichen sitzt und denkst so, was denkt der Pisser, mit wem er hier redet, sondern dass du damit umgehen kannst und sagen kannst, ey, alles cool. Beste, ich liebe dieses Gefühl, ich verstehe, weißt du, und manchmal, ich habe einen Klienten zum Beispiel, der hat heute auch schon geschrieben, er so, ich war auch so, ah, jetzt kommt der Wichser, weil wenn er hier rein darf, dann hat er bestimmt, ist er Verräter oder das oder das, ne. Und dann habe ich, also ich erinnere mich noch, das Erste, was du dann gesagt hast, war so, ich weiß, was ihr denkt. Und so, und er so, ab dann habe ich zugehört. Und ich sage dann eigentlich immer gleich so, ihr sitzt jetzt und ihr seht mich und ich weiß, ihr denkt jetzt, was will der holen, so, weißt du, und ich gebe, ich bitte euch um eine Sache, gebt mir 10 Minuten, so, gebt mir 10 Minuten, 10, 15 Minuten, danach, wenn ihr das immer noch denkt und so, okay. So, und das ist der Einstieg halt, weißt du, ich habe gar nicht, ich will ja nicht meinen Schwanz mit denen vergleichen, es geht nur darum, ich verstehe, ich weiß, ich hätte dasselbe gedacht, ich hätte genauso gedacht, da kommt ein Typ, der war im Knall, okay, was macht der hier? Natürlich ist er ein Verräter, natürlich arbeitet er für Prezi, natürlich, der will uns jetzt erzählen, ich will denen gar nichts erzählen, ich ergänze manche Dinge und ich stoße ein bisschen, gerade im Knast ist noch was anderes als Gymnasium, da muss ich manche Dinge erzählen, weil sie es noch nicht, aber im Jungenknast, die selber schon länger sitzen, ihr wisst sowieso, nur ihr seid gerade in einer Situation, ihr könnt es nicht zulassen. Wenn du im Knast sitzt, kannst du schlecht anfangen zu sagen, ja, weißt du was, ich gemacht habe, ich habe meiner Mutter wehgetan, weißt du was, meine Mutter leidet, jetzt gerade, heult sie vielleicht, jetzt gerade, vermisst sie, was ist, wenn sie jetzt einen Schlaganfall hat, ich kann ihr nicht helfen, was ist, wenn, ich bin nicht da, beim Besuch, sie wird leiden, auf dem Weg dorthin, sie wird, all die Dinge kannst du nicht machen, weil wenn du das den ganzen Tag machst, dann kannst du dir, dann wirst du dir eine Haftstrafe, wenn die lange ist, nicht überstehen. Und deswegen bin ich da auch behutsam, ich drücke denen das nicht rein, sondern ich sage das ist so ein richtig wichtiges Beispiel, weil du denkst, wenn du im Knast sitzt, dass der Besuch ist für die Besucher nicht so schlimm, weil die wollen, Mutter will kommen, du sagst eigentlich, komm nicht, für dich ist es mehr Stress, denkst du, Mutter will kommen, also denkst du auch, es tut dir gut. In Wirklichkeit, wenn die Mutter aufsteht nach dieser Stunde Besuch und rausgeht, ist das schlimmste Gefühl der Weltmann, weil es fühlt sich für sie an, als würde sie ihr Kind im Stich lassen. Und zwar jedes einzelne Mal. Und das ist was, was ich nicht gewusst habe, während ich in Haft war. Das habe ich erst danach gemerkt, als ich angefangen habe, Leute zu besuchen. Ich so, scheiße, Bruder, ich will dich gerne mitnehmen. Du musst jetzt gehen, der muss bleiben. Und du denkst dir so, ich gehe raus und Sonne scheint und im Knast denkst du aber, schau, der geht jetzt raus, Sonne scheint, schön für ihn, der kann es genießen. Aber in Wirklichkeit gehst du raus und denkst dir so, boah, was bin ich, ich hätte ihn nur nehmen müssen und ich habe ihn im Stich gelassen. Dir sind die Hände gebunden. Schrecklich. So, und das zum Beispiel ist was, was du bei so einem Besuch mal reinschmeißen kannst, bei so einem Gespräch. So, ey, beim nächsten Besuch, versteht, sie leidet. Ich war beim Besuch manchmal scheiße zu meiner Mann. So, Mann, ja, langweil mich nicht, ja, Alter, was kommst du überhaupt so? Bin ich einen schlechten Tag? Weißt du, weil ich nicht. Und wenn ich da so was ändern kann, in so einem Meeting, dann hat das Einfluss auf die sogenannte Resozialisierung. Und das ist was, ja, privilegierte Arbeit für mich hat, besser geht es nicht. Wenn du sowas sagst, die realen Jungs, weil es gibt ja immer, du hast so eine Gruppe von acht, neun Jungs, davon sind nur zwei, drei richtig hart so. Die anderen passen sich der Gruppe so eigentlich an. Die drei harten und die werden an der Stelle weich. Die werden sehen, so, okay, du bist niemand, der jetzt hier kommt, mir geht es nicht darum, mach keine Strafe, mach keine Strafe, mach dessen, mach dessen, sondern, ey, lass uns die Konsequenzen sehen für die Leute, die uns wichtig sind. Das zum Beispiel. Und dann, warum sollen sie mich hassen? Es gibt keinen Grund, dann mein Feind zu sein, sondern, okay, der Bruder kommt um uns was, der hat uns was mitgebracht. Und mittlerweile ist das Schönste auch noch, dass ich ein Business gemacht habe aus was, was bis jetzt immer ein Nachteil so gewesen wäre, außer du wärst Rapper, dann hätte ein bisschen Zweierknast, hätten schon geholfen, so auf die Art, ne, aber sie sehen jetzt noch andere Möglichkeiten damit, eine Zukunft aufzubauen. Ich bin auch, wenn ich auch dich sehe, was ich auch an deinem Channel so wichtig finde, ey, wenn, du bist ein Vorbild für Jungs, die aussehen wie du, dass sie in den Beruf reingehen können. Und so ist es jetzt auch bei mir, das ist ein, ich bin ein Vorbild für Leute, die aussehen wie ich, Sachen erlebt haben wie ich, dass es gibt, eine Nische. Voll. Deswegen ist es ja auch so wichtig, was du machst, deswegen ist es so wichtig, was wir machen, Digga, das ist jeder ja auf jeder und jeder auf seine Art und Weise, ne. Das ist ja genau das gesellschaftliche Thema, was ich immer so kritisiere, dieses mach was, dass du Geld verdienst, ist Bullshit. Klar, das Leben ist kein Ponyhof, verdien dein Geld, bezahl deine Miete, ist alles gut und man soll sich auch Sachen kaufen, gönnen, Reisen, Urlaub, alles schön und gut. Aber darum geht es, etwas zu machen, was wiederum anderen das Gefühl gibt, ey krass, ich kann das auch so machen. Inspiration, Motivation, ey, ich mache soziale Arbeit seit 10 Jahren nur aus diesem Aspekt. Ich habe gedacht, Digga, als ich angefangen habe zu studieren, ich gehe jetzt raus, halte den Obdachlosen an der Hand und bringe ihn durch sein ganzes Leben und er wird das beste Leben haben, was es gibt. Ich habe es probiert, weißt du, was der Obdachlose zu mir gesagt hat? Der hat gesagt, was fährst du mich an, verpiss dich. Und ich so, hä, wie, ich bin doch Sozialarbeiter, du bist doch, der sagt so, was denkst du, wer du bist, Alter, ich bin 20 Jahre älter, du fass mich nicht an. Weißt du, wie ich meine? Und ich so, was, was geht denn ab? Das war jetzt ein plumpes Beispiel, aber das ist mir so aufgefallen und dann später dachte ich mir, krass, du kannst keinen Menschen ein Leben lang an der Hand halten. Was du machen kannst, was wir machen können, was ich machen kann, ist, du kannst versuchen, das sage ich immer wieder, den Leuten beizubringen, zu helfen, zu supporten, sich selber zu helfen, verstehst du? Und es ist hundertmal besser, wenn du ein Leben lebst, wonach sich andere Menschen bedienen können, sich davon Motivation schnappen können, als dass du einem Menschen jetzt irgendwie den absoluten Weg zeigst. Weißt du, wie ich meine? Ist meine Meinung. Und das machst du mit deinem Channel und mit deiner ganzen Arbeit. Und ich wäre zu gern einmal dabei, bei so einer Präventionssache, um dich mal in deiner, natürlich in der Action zu sehen. Mach, ich gehe hin, wo ich halt gebucht werde, so Berlin ist, ich habe, ich habe in Berlin schon gearbeitet, aber es ist halt selten, weil Mainz so weit weg ist und es gibt auch sehr viele Anbieter hier in Berlin natürlich und dann orientiert man sich eher an, aber ey, wenn du eine Einrichtung mal hast, wo du sagst, es passt, schlag denen vor, die sollten sich melden, ich komme vorbei. Ja, okay, vielleicht, wer weiß, was wir da noch auf die Beine stellen. Und ich Freestyle, also wird dir gefallen? Ja, ich bin mir besser. Freestyle böse, je nach Gruppe, ich freestyle ich böse. Stell dir mal vor, du und ich tauchen auf, alle. Die rufen die Bunden. Denken sich schon, so ein Schwarzkopf und ein Glatzkopf, alle, was wollen die? Irgendwer hat Ärger hier, Alter. War das zu persönlich mit Glatzkopf gerade? Überhaupt nicht. Bitte. Nur Liebe hier, Alter. Ich hatte noch nie, ich hatte noch nie eine Frisur so richtig. Guck mal, ich gehe zum Friseur seit Jahren schon und lasse mir immer den selben Schnitt machen, in dem stehen hier. Boxerkat. Boxerkat und oben kurz. Und letztens hat meine Mutter, meine Mom hat zu mir was gesagt, was mir wirklich das Herz gebrochen hat. Die hat gesagt, du gehst jede Woche zum Friseur, aber ich sehe dich nie mit einer Frisur. Und die so, Mama, du hast mich effekt, Alter. Weil für die ist das keine Frisur, kein Gel, nichts machen. Weißt du, was noch schmerzhafter ist, wenn du zum Friseur gehst und wenn sie dann rasiert haben, sagen, ja, musst nicht bezahlen, Pasche. Oh, Digga, hör mal auf, Alter. Das ist brutal, okay. Das ist brutal, okay. Wechsel deinen Bundesland, Digga. Halbe Streichholzschachtel, so halbe Streichholzschachtelhaare nur so. Ja, das ist eine Pasche. Gut, kann man jetzt sehen, was wir trotzdem. Scheiße. Das ist hart, Alter. Krass. Ich hatte früher volles Haar, das erzähle ich dann immer so. Ja, früher haben die Friseure zwei Schaufeln so weggemacht bei mir. Damals so. Das war lange her. Du hast vorhin gesagt, der Knast hat dich jung gehalten. Ja, man sagt Knast konserviert. Knast konserviert, genau. Du warst so lange drin, viele, viele erzählen, wenn sie so lange drin waren, dass eigentlich so das Beste, was sie darin gemacht haben, die Zeit war, die sie genutzt haben, um halt über sich und ihr Leben mal nachdenken zu können. Weil viele erzählen, ey, mein Leben war so turbulent davor. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, mal durchzuhatmen und zu mal gucken, wer bin ich, über was mache ich da überhaupt, ne? War das bei dir ähnlich? Du, ich habe da, mit 21 bin ich rein. Davor waren nicht große Reflektionen angesagt, du hast schon nicht. Ich war nur im Rennen und so oder so, habe ich nicht über gestern nachgedacht, nur was morgen ist oder jetzt ist. Ich habe die Zeit im Knast sehr genutzt für mich. Das Empfinden habe ich immer, ich weiß nicht, ob es das Nachdenken war, weil tatsächlich habe ich die ersten sieben Jahre eigentlich nicht, ich war eher, eher hat es mich schlimmer gemacht. Im Knast selbst? Weil, ich glaube, ich habe mal so Isolationsvideos gemacht, recht am Anfang, wo ich so versuche zu schildern, was passiert, wenn du jemanden wie mich alleine lässt? Du glaubst doch nicht, da kommt ein guter Gedanke raus. So, der Hass ist alles am Schluss. So, meine Hass, meine Wut, Mann, ich wäre auf dem Weg ein Terrorist gewesen. Hättest du mich nach dieser Zahl, nach den ersten ein, zwei, drei Jahren, so kurz vor der Verhandlung, hättest du mich die Möglichkeit, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Ich habe mir das oft gedacht. Würdest du mir jetzt die Möglichkeit geben, mich in einer Polizeistation in die Luft zu sprengen? Ich mache es sofort. Das war der Gedanke. Ich habe so viel Hass gehabt. Weil, ist ja klar, der Gedanke, dass du, wenn du Leute, die nicht funktionieren, zusammenpackst und die dann es funktionieren anfangen, ist doch Bullshit. Nein, ich habe mich radikalisiert. Ich bin viel schlimmer geworden im Knast. so vom, von der Dunkelheit meiner, meiner Seele. Und da ein Zurück, also es gab auch den Punkt, wo ich dann so da saß und halt eigentlich keine Emotionen mehr hatte, so. So, die letzte Träne war geweint und, aber dann merkst du, war das letzte Lachen auch gelacht, so. Und ich weiß noch, das ist mir bewusst geworden, das ist mir so, als ich Simpsons geschaut habe. Ich habe immer Simpsons gerne geschaut, immer lustig gefunden. Ich so, brauche ich eigentlich nicht mehr anschauen. Wow. Und dann war so, ja okay, wer bist du eigentlich gerade? Was machst du mit dir selber? Ich war immer ein Mensch, der sehr bewusst sich selbst manipuliert hat. So, wie gesagt, als Jugendlicher, eigentlich hätte ich Dungeons & Dragons spielen wollen. Nein, Mann. Aber ich habe mich manipuliert, so lange, bis ich halt keine Angst mehr hatte. Weil als Jugendlicher, ich hatte Angst, ich weiß noch, Graffiti gemacht, mein Hip-Hop-Ansatz war eigentlich Graffiti auch so. Ich bin, über die Jams war ich immer einer von denen, die halt an Graffiti am meisten interessiert waren. Und ich weiß noch, nachts hatte ich dann Angst eigentlich draußen. Ich war ein Kind. Und da hättest du noch so, nachts draußen, Güterbahn, du hörst irgendwas und du kriegst so eine komische kindliche Angst. Nicht, oh, die Bullen, sondern so. Was ist es halt? Und ich so, okay, scheiße, das muss aufhören. Ich muss, ich bin das Gefährlichste hier. Ich darf keine Angst haben. Und so manipuliert, manipuliert, manipuliert und im Knast immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und dann irgendwann, aber was bist du dann? Was bin ich? So, jetzt finde ich nichts mehr lustig, ich finde nichts mehr traurig, aber wo ist jetzt meine Motivation noch? Und das war ein weiter Weg zurück. Ich habe aber in der Zeit trotzdem gelernt. Ich habe Sprachen gelernt, ich habe Kampfsport gemacht, ich habe solche Sachen wie, ich habe allen möglichen Unsinn gemacht. Ich habe geschaut, wie lange kann ich Luft anhalten. Habe das drei Monate lang, sechs Monate lang trainiert, bis ich, ich wollte auf fünf Minuten kommen. Und das war vielleicht meine Art, mich die ersten Jahre so zu beschäftigen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so in mich selbst wieder reinzuschauen. Haben dir diese Programme in irgendeiner Form geholfen, so diese Knast-Programme? Ja, mir jetzt nicht. Ich kenne Leute, denen das geholfen hat. Ich war halt in Bayern, in Straubing. Straubing ist jetzt nicht dafür gedacht, dass du, Straubing ist halt ein Verwahrvollzug zu der Zeit auch gewesen und davor ein Zuchthaus. Ah ja. So, der Gedanke in Straubing war, das hat sich, das ändert sich mittlerweile. Das ändert sich als, aber damals zu meiner Zeit und die Zeit davor vor allem auch, das war der Gedanke so, du hattest, die Gefangenen hatten den Gedanken, es ist am besten, wenn du mit Füßen zuerst rauskommst. Für die, also die Anstalt will, dass du mit Füßen, so, das ist ja ein krasser Gedanke eigentlich, das ist ja ein krasser Gedanke, dass du denkst, die wollen dich am liebsten tot sehen, so. Und das ist jetzt natürlich übertrieben, aber so vom Gedanken, ich hatte zum Beispiel zwei Psychologengespräche in der Zeit so weit. Weiß ich nicht. Krass. Ich hatte zwar Therapien machen müssen und so, aber das sind dann auch, mein erstes soziales Kompetenztraining, das war eine Frau, die kam gerade vom Studium, soziale Arbeit studiert, so voll blauäugig halt, ne, und super nett. So, und ich, was willst du, was? Ich vergleiche das immer so, stell dir vor, du lebst auf dem Mars und jetzt wollen sie dir beibringen, wie du auf der Erde zurechtkommst. Das geht halt leider nicht. Du kannst, selbst wenn sie einen Park dort nachbauen würden auf dem Mars in so einer Kuppel oder so, das ist nichts im Vergleich zu, wenn du hier draußen rumläufst. Klar. Und so ist es. Du kannst dir jemanden vorbereiten, du kannst Leuten was beibringen, aber theoretisch hätte ich gar nichts gebraucht, du musst es selber machen, du musst es selber machen, du musst es einfach selber machen. Das kennst du aus deiner Arbeit ja auch so, du kannst das beste Angebot zu haben, du kannst die besten Intentionen haben, wenn der andere nicht will, dann will er nicht. Dann will er nicht. Und das Setting Knast ist halt jetzt nicht gerade förderlich, um zu wollen. Dennoch hast du diese Zeit genutzt für dich, um halbwegs irgendwie klarzukommen, herauszufinden, was du bist, wer du bist, mit deinen Emotionen umzugehen. Und irgendwann kam ja dann der Tag, wo du wusstest, okay, die Show neigt sich zum Ende und du kannst bald raus. Wie war dieser Moment? Wie war dieses Gefühl? Kann man das überhaupt erklären? Schwierig, weil ich habe ja einen 13er gehabt insgesamt und die erste Chance hatte ich so nach acht, dann halb Jahren so, dass es zwei Drittel geben könnte. Dann hat das halt nicht geklappt und so, aber ich wusste ja nie, wann ich rauskomme. So dann Lockerungen begonnen und ich habe eigentlich, ich wurde dann in den OVZ verlegt, also oft in den Vollzug. Und dann war ich dort, ich glaube, ich weiß es nicht, das musste ich nachrechnen, ich war glaube ich sechs Wochen, zwischen sechs Wochen und zwei Monaten war ich dort. Und dann wurde ich wieder rein verlegt, haben sie mich gefickt. Und ich bin reingegangen, Alter, war ein volles Programm, Sicherheit, Handschellen, ich komme rein, ich gehe in den Bunker, Alter. Und ich war schon, ich war am Wochenende ficken, ich war am Wochenende beim, ich hatte wieder so wie eine Freundin halt, ich war am Wochenende in einem Mädchenzimmer gelegen, weißt du schon, mit Parfum hier, weich ist mehr da, Frauenkörper neben mir, Alter. Und 24 Stunden später, so auf die Hand, sitze ich im Bunker in Straubing, so mit der Option, noch drei Jahre Knast vor mir wieder. Hass, das gibt's auch nicht. Und ich so, Alter, und dann haben sie mich dort nochmal drei Wochen ungefähr behalten und dann haben sie mich einfach entlassen. Komplett. Boom, tsch, tsch, raus. Ich habe es in der Früh erfahren, so, also, beziehungsweise am Abend erfahren, so, ja, morgen früh gehen sie raus. War das ein Brief oder hatte dir das jemand gesagt? Der Abend, der kam, hat mir einen Zettel mitgebracht. Und, ja, das erzähle ich irgendwann mal alles genau auf dem Channel, das ist ein bisschen komplizierter, so, als ich es jetzt dargestellt habe, weil ich hatte halt Anwälte und Ding und Druck gemacht und so. Und im Grunde war auch, die Absonderung, beziehungsweise der Bunker war auch, weil ich gesagt habe, ich bringe jemanden um, wenn ihr, wenn ihr meint, ihr bringt mich jetzt ins Haus zurück, so. Ja, sobald ihr mich ins Haus bringt, töte ich jemanden. Und die so, ja, okay, dann gehen sie halt in den Bunker. Und ich so, sag ich, nein, verstanden so. Weil ich halt so psychotisch schon war, ne, von diesem, das war auch noch falsch. Ich hatte das nicht gemacht, was sie mir vorgeworfen hat. Die wollten mich einfach nochmal so, vielleicht wussten die sogar damals schon, ich kann es dir nicht sagen. Es war eine schräge Nummer. Ich bin also nicht entlassen worden im Sinne von, ja, in drei Monaten kommen sie raus. Sondern hin und her. Ich saß da drei Wochen lang, ey, es könnte sein, weil es war vor Weihnachten. Und mein Anwalt meinte halt auch so, ja, sie werden, dieses Jahr werden wir entlassen halt. Das war schon Monate vorher so, wir schaffen es dieses Jahr. Dieses Jahr schaffen wir es nicht auf zwei Drittel, das war schon drüber der Zeitpunkt, aber wir schaffen es dieses Jahr so. Und dann ist es irgendwie so, Dezember, Elfster, Zwölfster, dann mein Vater stirbt. Ich so, halt da, das auch noch, Mann, lasst mich gehen, so. Und nix, nix, keine Antwort, keine Antwort. Und dann halt am 21. Dezember so, paf, tschüss. Ich so, wow. Krass. Hardcore. Hätte aber auch genauso gut nicht sein können. Also ich war, er hat dann noch meinen Dad irgendwie am Abend dann gerufen, also mein Stiefvater, ob er mich holen kann und so. Und dann kam der in der Früh, war er da und so. Ich komme raus, so bei 110 Kilo. Krass. Naja, und dann musstest du dich natürlich erstmal wieder an das Leben gewöhnen, so, ne? Ein Jahr. Mehr und mehr natürlich. Ich habe mir ein Jahr Auszeit genommen. Also wirklich auch nicht, ich habe beim Jobcenter gesagt, schau mal, wenn ihr mich in eine Arbeit vermittelt, dann schlage ich dort alles kurz und klein. Das kann ich euch gleich garantieren. Ich habe, ich kann nicht arbeiten. Dann haben die erst oft blöd gemacht, aber dann relativ schnell eine Arbeitsunfähigkeit mir gegeben, komplett. Du musst dir keine Bewerbung schreiben, gar nichts. Was auch dafür, der Typ beim Jobcenter war ein Veteran. Das war jemand, der in Bosnien, diesen ersten deutschen Einsatz damals, war er dabei. Und er so, er war, er so, ich hatte einen Traum. Er war danach und das hat keiner verstanden. Und sie sind traumatisiert. Ich sehe, dass ich von, von Mann zu Mann, so ist er mir gekommen. Ich hatte voll Glück mit diesem Typen. Er so, schau, ich empfehle dir, geh zum Psychologen, sprich ihn an, post-traumatische Belastungsstörung. So, die hat, davor hatte mir das keiner gesagt. Wieso bin ich, wie ich bin, so. Und dann die auch erste Psychologin, hey, sie haben halt eine post-traumatische Belastungsstörung, das ist das und das. Und ich so, ey, das hat mir noch niemand gesagt, Mann. So, ach so, es gibt eine Diagnose für meinen Zustand. Ja. Und dann habe ich mir ein Jahr eigentlich Zeit genommen, echt nichts zu machen, nur mich selbst. Ich konnte auch nicht. Ey, ich habe zu der Zeit teilweise 14 Stunden am Tag geschlafen und so. Das war so viel alles, weißt du schon? Klar, Mann. Ich hatte, meine Frau hat mir das Thema jetzt gesagt, als sie mich kennengelernt hat, da war ich schon ein Jahr fast draußen und sie hat mir gesagt, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, konntest du nur eine Sache am Tag machen. Wie krass eigentlich. Also ich konnte zum Beispiel, die Aufgabe ist, ja, du musst eine E-Mail ans Jobcenter schreiben. Das war meine Tätigkeit. Das war, danach war, das hat gereicht. Mehr konnte ich nicht tun an dem Tag. Krass. So, der Rest war dann halt rumsitzen, Ding, trainieren, das. Aber ich konnte nicht noch eine Aufgabe machen, die ich nicht mag. Ja. Wie krass eigentlich, ne? Man muss sich ja auch wieder dran gewöhnen, weil in der Zeit, wo du es hättest lernen sollen, bist du ja reingegangen, ja? Ja, aber es hängt mit der PTBS zusammen, weil die PTBS sorgt dafür, dass du immer, dein Akku ist immer leer. Ja, natürlich, das kommt noch dazu. So ein Hof zum Beispiel. Mein Gehirn, wenn ich reinkomme, es sieht die Farben an den Fensterrahmen, es freut sich, weil ich dadurch leichter definieren kann, welcher, in welchem Stock, ich könnte sagen, blaues Fenster, zweiter Stock, ich würde wissen. Weißt du? Ja, okay. Es macht mir leichter, zu kategorisieren, in welchem Fenster. Warum? Weil hinter dem Fenster könnte etwas sein, was ich sehen muss. Und wenn dein Gehirn das automatisch macht, und jetzt, ich bin seit über sechs Jahren entlassen, so, weißt du, ich muss das nicht machen. Ich muss nicht machen. Aber du hast das noch so ein bisschen. Oder Autos, die parken, so, ne? Oder auch zum Beispiel, ich könnte nicht sitzen, wo du jetzt sitzt. Ich würde mich sehr unwohl fühlen, weil mit den Fenstern zum Rücken und der Haustür und so. Das sind alles so kleine Sachen. sagen, wenn du das nicht weißt, dann macht dein Gehirn das unbewusst. Und dann bist du aber immer erschöpft. So, bevor ich zur Tür rausgegangen bin, früher, habe ich ja tausend solcher Prozesse schon durchgehen müssen. Und das, das zu verstehen hilft dir natürlich, wieder lebensfähig zu werden. Und heute, ich bin immer noch verrückt, aber sehr, sehr effektiv. So schaue ich, ich kann tausend Sachen machen. Ich kann, ne? Voll. Unter anderem YouTube, nebenbei Präventionsarbeit, an Schulen zu gehen und, 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 und. Also Respekt auch an dieser Stelle für den Mut und auch für die Kraft, die du in dich reingesteckt hast, um halbwegs wieder auf die, auf die richtige Bahn zu kommen. Also richtige Bahn im Sinne von, auf eine gesunde und auf eine, die dich trägt. Wie wahrscheinlich war das für dich, dass du gesagt hast, ey, ich kann rückfällig werden? Hast du Gedanken gehabt, wo du gesagt hast, ich scheiße jetzt wieder auf alles und mache jetzt wieder Scheiße, um Geld zu verdienen oder so? Also bei mir war, ich hatte, ich war, ich hatte gesehen, wie Leute innerhalb von ein paar Monaten wieder, wieder im Knast waren. So, ich hatte das gesehen. Die werden entlassen und die erzählen, ja, ja, ja und die erzählen, nie wieder, nie wieder und innerhalb von, also für mich eineinhalb Jahren so, ist er wieder da. Also hat er aber schon seine U-Haft und Verhandlungen und ist schon wieder da mitten im Zehner oder so. Und ich so, ey, was ist los, Mann? So, in der Haftstrafie, wo ich einmal gesessen war, sind manche Leute zweimal wiedergekommen so oft. Ah, was, okay. Und das war mir eine Lehre. Ich hatte gesagt, ey, egal, ich habe nicht gesagt, ich werde kein Krimineller mehr. Ich war nicht resozialisiert, nicht im Ansatz. So, ne? Sondern ich war so, ey, ich werde das erste Jahr keine Straftaten begehen, weil ich werde jetzt ein Jahr lang mich mit Weibern treffen, reisen, leben, so, was dann natürlich alles jetzt auch nicht so gut ging. Also gerade reisen hatte ich ein Riesenproblem, aber ich wusste, ich werde kein Gangster sein dieses Jahr. Das habe ich mir erlaubt, so. Und eine der krassen Sachen zum Beispiel, ich hatte halt noch, ich hatte zum Beispiel noch eine Knarre halt, so. Kommst du raus, die war weggebunkert, du hast sie immer noch, die ist nicht alt geworden. Weißt du, das ist auch das Schlimme bei Waffen, deswegen ist es auch eine der Sachen, die mich stört, dass ich Waffen verkauft habe, weil viele von denen sind noch im... Im Umlauf. Im Umlauf. Weißt du, du weißt nie, was damit passiert. Und diese Waffe zum Beispiel hat mich gefesselt. Die hat mir selber Fesseln angelegt, weil die war da, ich habe die dann auch in meine Wohnung wieder geholt und dort verbunkert. Und ich hatte teilweise mal, ich hatte dann sowas wie eine Panikattacke. Ich so, was ist, wenn jetzt doch die richtig suchen und richtig und bei Waffen gerne kommt Zoll und so und die suchen dann richtig, nehmen die Decke runter, nehmen die Rückwände raus und so weiter und finden das so. Und ich so, ey, ich konnte sie aber nicht weggeben. Ich konnte sie nicht weggeben. Ich konnte sie nicht, also verkaufen nicht, weil ich Angst, ich hatte das schon eine Paranoia, ich verkaufe sie, dann wird erwischt, dann gehe ich wieder in den Knast. Ich habe noch drei Jahre offen, so, Abstrafe, so weiß ich nicht mehr. Und der Moment, wo ich mich von der getrennt habe, war so, das klingt jetzt so übertrieben, symbolisch, aber es ist halt, wenn du es dann beschreibst, klingen viele Sachen wie ein Film. Die Leute sagen immer, ja, klingt wie ein Film, ist wie ein Film. Ja, und die Cliffhanger, ja, wie ein Film kann ja nicht sein. Ich höre halt einfach an der Stelle auf zu erzählen, natürlich ist es wie ein Cliffhanger. Und so auch, natürlich ist es wie ein Film. Ich habe diese Waffe und ich habe mich entschieden, zum Beispiel, okay, ich schmeiße eine Paranoia, ich hatte für dieses Kaliber nur sechs Schuss plus einen im Laufe, also sieben Schuss hatte ich nur für dieses Kaliber. Ich wusste, es wird schwer auch sein, für das Kaliber wieder Munition zu kriegen. Und ich bin so an dem Fluss und ich schmeiße die erste rein. Ich so, boah, nur noch sechs, man, voll das krasse Gefühl. So, ich so, ja, da, sechs Schuss ist scheiße, man. Boom, weggeschmissen, noch eine Fünfschuss. Und ich so, alter, nochmal, zack, zack, das Magazin weggeschmissen. So, jetzt ist die Nutzung los. So, und das war so, wie so in einem Film, wenn jetzt, stell dir vor, einer legt sein Schwert so weg. Ja. Bricht sein Schwert oder was auch immer. Das gibt es nicht mehr halt. Du hast dein Schwert niedergelegt so. Und ab dem Moment wusste ich, okay, ist vorbei. Kapitel zu. Kein Gangster mehr. Weil, wenn du deine Waffe abgibst, für mich war halt, jetzt bin ich schutzlos, jetzt habe ich nichts mehr in dieser. Ich habe auch die Menschen ja unterteilt in Bewaffnete und Unbewaffnete so. Und jetzt bin ich unbewaffnete so. Fertig. Ja, und damit hat dann wahrscheinlich auch ein ganz neues Kapitel wirklich angefangen, ne? Ohne es zu wissen, konnte da ein erstes andere beginnen. Ich konnte erst nach diesem symbolischen Niederlegen der Waffen, konnte ich, kamen die neuen Sachen. Und das Krasse ist, in dem Moment ging es los. Und dann kam eins nach dem anderen, weißt du schon, es kamen Möglichkeiten, ein Buch zu veröffentlichen. Zack, Frankfurter Buchmesse, eine Lehrerin ist im Publikum, sagt, ey, komm mal an meine Schule. Ich so, ja, was soll ich denn an der Schule so? Also ich hatte die Idee ja nicht mal selber. Zack, ich gehe an die Schule. Und dann kamen die ganzen Sachen, die ich als Gangster gelernt habe, hatten mir natürlich geholfen. So, pünktlich. Ich bin übertrieben, also heute gleich mal zu spät, aber ich bin da. Also ich werde da sein, weißt du, du wirst, und ich halte dich auch auf dem Laufenden, wann ich komme und so. Absolut, ja, das muss man dir immer zugestehen. Also ich versuche, ich mache meine Sachen korrekt. Weil früher war, wenn ich es nicht korrekt gemacht habe, schreckliche Konsequenzen. Das hilft mir aber heute in der legalen Welt. Und diese Möglichkeiten kamen, wenn ihr eure Seelen aufmacht, dann kommen die. So, wenn ihr bereit seid, Gutes zu tun, werden Leute euch helfen, Gutes zu tun. Wenn ihr bereit seid, Scheiß zu machen, werden Leute euch helfen. Und deswegen auch dieses schlechte Freund, falsche Freund. Ich denke den ganzen Tag nur darüber nach, Böses zu tun. Natürlich ergibt sich das. Das ist so wie, dann legt ihr Satan, wenn du so sagen willst, die Sachen hin halt. Und wenn du aber versuchst, Gutes zu tun, dann werden die Möglichkeiten auch kommen. Absolut. Schau mal, dieses Treffen schon wieder zum Beispiel. Ich weiß, es wird der Tag kommen, ich habe einen Klient in Berlin oder ich habe jemanden treffen in Berlin. Ich werde dich anrufen und sagen, kannst du mir, kannst du da, wir suchen das. Weißt du eine Anlaufstelle, du wirst, du wirst ein Boom. Und früher wäre aber jetzt hier ein Dealer gesessen. Der mir irgendwann halt mit einem Coca-Cola weiterhelfen hätte können, wenn ich es gebraucht hätte in Berlin. Und das, was ihr wollt, werdet ihr kriegen. Aber ihr müsst halt vorsichtig sein, was ihr wollt. Ich sage es immer, wie man in den Wald schreit, so schallt es zurück. Egal welcher Ton und welche. Ey, Oberpädagogenspruch und Oberwahr. Das ist nicht mal ein Pädagog, das hat mein Papa mir schon gesagt. Und der ist alles andere als ein Pädagoge. Und ein Stück weit ist halt Wahrheit dran. So wie du dich nach außen gibst, dein Charakter bestimmt dein Schicksal am Ende des Tages. Und wenn du dich scheiße verhältst, scheiße benimmst, scheiße tust, dann braucht man sich nicht wundern, dass das halt auch zurückkommt. Natürlich ist immer angesichts der Situation, warum, Motiv, Ursache, ist nicht so einfach. Auch Scheiße kann erklärt werden, aber bin ich ganz bei dir. Aber das mit dem Charakter ist so, deine Gedanken, da gibt es ja diesen Spruch so, deine Gedanken werden deine Worte, deine Worte werden deine Taten, deine Taten werden dein Charakter und dein Charakter wird dein Schicksal. So ist es. Und das heißt, ich muss schon am Anfang anfangen zu denken. Ich muss schon aufpassen. Wie es mein Bruder gesagt hat, du wolltest den Knast. Ich sage, ja stimmt, okay, boom. Und tatsächlich, in meinem Leben ist alles passiert, was ich wollte. Ich wusste nur manchmal nicht, was ich wollte. Nach deiner ganzen langen Reise, durch Knast rein, raus, mit Waffen unterwegs, dies, das, Präventionsarbeit, hast du es dann am Ende des Tages auch noch geschafft, bei Tepau Straßensound zu landen. Was man wirklich auch sagen muss, eine geile Sache ist, weil wir sind ja ein Hip-Hop-Magazin. Und ich habe dich auch eingeladen, weil ich weiß, dass du neben deiner Biografie auch ein leidenschaftlicher Rap-Fan bist, Hip-Hop-Fan bist, damit aufgewachsen bist. Und da würde ich auch sehr gerne mit dir noch zwei Takte sprechen. Was hörst du aktuell? Was ist so der Hip-Hop, der dich so treibt? Der erste Sound, was ich heute früh gehört habe, war, es gibt einen neuen Nas-Song. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Einen neuen Nas-Song? Nas-Song. Und heute hat mir heute Spotify vorgeschlagen, ey, was übrigens so krass ist, wie du früher, weißt du noch, die Jungs früher mit den CD-Koffern so. Alter, die hatten dann Army-CDs, die eine halt 60 Dollar gekostet hat oder so, um die hierher zu bringen. Und das war dann der Einzige, der die hat, so was weiß ich. Messi Marv, der hat so eine Sanquin-CD, die keiner hat oder so. Und heute, ey, dann gibst du das ein und ich habe vor, ich glaube, ich habe das dieses Jahr erst gecheckt, dass es dieses Songradio gibt, so bei Spotify zum Beispiel. Du hast dein Lied, dann gehst du auf das Songradio und dann kommt, was hat Spotify dir als ähnliche Lieder? Genau, ja. Alter, ich feiere das so, ich entdecke jeden Tag einen neuen Sound so. Geil. Und neueste Entwicklung, was ich entdeckt habe, neu, ist Drill. Drill? Ja, also zu dieser ganze Lande. Army-Drill oder England? Es gibt Army-Drill oder was? Es gibt ja deutschen Drill, französischen Drill, Army-Drill, UK-Drill. Es gibt bestimmt auch russischen, es gibt türkischen Drill, italienischen Drill. Zwei Wochen habe ich das erste Mal, bin ich so. Kann ich dir ja mal was rüberschicken? Machen wir. Gun, lean, gun, gun. Da streiten sich die Geister so, was am geilsten ist, aber es ist Geschmackssache. Das eine fing schon an, so irgendwie, it's the new aggressive form of Hip-Hop. Irgendwie, also, it came from the gang culture in London und so. Ich so, okay, komm, hau her und so. Also, ja, das geht nach vorne, das feiere ich auch auf jeden Fall. Ja, also. Aber mit Oldschool aufgewachsen, du kannst mit Biggie und Pac wahrscheinlich viel anfangen. Normal, ich war ein bisschen zu jung, um das damals schon zu verstehen, so, weil 83er Baujahr, so, ne, also als er erschossen wurde, war ich 13, so, ne. Aber wir sind die Generation mit den Butting-Tattoos halt so, weißt du, es ist einfach so. Und ich glaube auch, manchmal habe ich so das Gefühl, dass Biggies tot und Pacs tot so eine Katharsis waren, die Deutschrap fehlt, so krank, wie es klingt. Aber hier so, hier wird noch damit gespielt, so, dass alles so extrem feindselig sein kann und so, ne. Und da hat man halt mal so eine Konsequenz gehabt. Ja. Ey, das hat dir alle entwurzelt. Weißt du noch bei Pac? Sag, ey, ich glaube, alle hatten sich nach seinem Tod eigentlich ein versöhnliches Album gewünscht. Und es kam aber nicht, weil er halt davor schon, die Don Quiluminati und so, und der war noch voll auf, und das hat den Leuten, klar haben es alle gefeiert, aber es hat so viele schon zum Nachdenken gebracht. Und das, ja, weiß nicht. Du, ja, Feindseligkeit im Rap, wir haben es in der deutschen Rapszene genauso, da wird sich hin und her gebeefft, aktuell ja ganz viel Stress mit Bushido und anderen Leuten hin und her und so. Also, und auch, ne, auch hier haben sich schon Rapper gekloppt und alles Mögliche. Irgendwo verstehe ich das, weil Rap immer Competition ist, ne, und man muss zu dem stehen können, was man sagt, sonst würden wir hier Pop machen, ne, wenn, Pop ist ja eigentlich, also, meiner, nach meinem Erfindnis, äh, Rap ohne, ähm, diese ganze Kultur und dazu stehen können, so ein bisschen was wie Pop, ne, es ist Musik, die man, ne, die man mag und sich bewegen kann dazu und so, aber... Es hat Konsequenzen, was du sagst, finde ich auch, das ist auch... Es hat Konsequenzen, genau. Es hat Konsequenzen. Ich will jetzt Rap mit Pop nicht vergleichen, aber es hat auch einfach sehr viele Elemente. Klar kommt Rap nochmal aus einer anderen Ecke und so und hat andere Einflüsse, aber das macht Rap ja gerade aus, dass dahinter Gesichter sind, Konsequenzen dahinter sind und zu dem gestanden werden muss, was gesagt wird und so weiter und so fort. Da gibt es auch nochmal ganz verschiedene Arten, ne, es gibt Gangster-Rap, äh, Straßen-Rap, es gibt auch den ganz, äh, normalen Netten, äh, Party-Rap, es gibt so viel Rap, aber ich war Gangster-Rap, also ich, das ist auch heute noch so, ne, ich kann mir, es gab eine Phase, wo ich es mir nicht mehr anhören konnte, wo ich mir gerade so, der 50 zum Beispiel war so eine Sache, wo ich halt, der kam ja gerade, als ich dann langsam auf Flucht musste und diese ganze Scheiße bei mir war, war sehr viel G-Unit, 50 und so, ne, und ich habe das schon hart gepumpt, so, so, und der war ja auch durch dieses Angeschossenwerden und das war schon nahe am Gangster, ja, also vielleicht, 50 ist sogar einer der wenigen, die so weit gekommen sind, die wirklich, eigentlich näher am Gangster sogar waren, als am Rap, so, ursprünglich, ähm, und ich konnte das danach nicht anhören, so, nur beim Training, nur fürs Trainieren, aber ich, auf dem Heimweg habe ich dann sogar schon, äh, nicht mehr, das nicht mehr gehört, sondern habe ausgemacht, um mich wieder einzunaden, naja, ähm, auch DMX, man, rest in Kriegsmusik. Möge ein Frino, Alter, so ein unfassbar guter Künstler, traue ich heute noch mal. Ich schwör's dir, als ich's gehört habe. Und wahrscheinlich ein Leben lang. Ey, ich war, das war mein John Lennon-Moment so, glaube ich, also, das war für so wahrscheinlich, wie für die Leute mit Beatles, so John Lennon, ich so, ach, ey, man, fuck, man, das ist seltsam, halt, war schon, egal, war, sogar, ich glaube, misst du gar die ein oder andere Träne so. Safe. Ich hatte das, äh, sehr stark auch bei P, bei Prodigy von Mob Deep, ne, wo ich, äh, erfahren hab, dass der gestorben ist, weil, für mich Mob Deep einfach auch so, einfach Inbegriff von Atmosphäre und Rap, äh, also, das ist unfassbar, was, was, was der gemacht hat, Alter. Und DMX natürlich genauso, Mann, möge in Frieden ruhen, Alter. Und die Hundeliebe halt noch, weißt du, halt, bei DMX, ja, ich hab halt, mein Boomer ist halt, hieß halt Spike, so, weißt du, wie ich mein, und ist die Geschichte, das ja auch zum Kotzen ist, erzähl ich auch auf dem Channel, es ist, ähm, ja, weißt du, ich hab, wenn das alles so ein bisschen klappt, ich hab mir vorgenommen, irgendwie Rapper so ein bisschen mit, gerade Deutschrapper halt mit in das Boot so ein bisschen zu holen, was ich mach, ich hab so ein paar Ideen für ein paar Projekte, bei denen halt die Stimme dieser Menschen so wichtig ist. Und, ey, ich weiß, die meisten, also, wieder, Beispiel, Khatama, ist sehr real. Und, glaubst du, er würde wollen, dass seine Kids dasselbe machen, wie er früher gemacht hat? Oh, ja, wow. Genau, und deswegen, ich will diese Leute so gerne alle auch mal an den Tisch holen, an ein kleines Projekt holen, kleine Snippets machen, wo wir eben, ich glaube, man kann in den Texten der Lieder, kannst du machen, was du möchtest, wenn du diesen Ausgleich gibst, durch auch mal ein Insta-Statement, wo du sagst, so, ey, Leute, und so, ne, strengt euch an in der Schule, also strengt euch an in der Schule, ist das Langweiligste, ey, nehmt kein Messer mit in die Schule, so, ey, schau, was ich auf meinem Channel, baut keine Scheiße, baut keine Scheiße, schau, was ich gemacht hab, ich hab auf meinem Channel einmal gesagt, so, ey, geht, wenn ihr eine coole Mom habt, dann bedankt euch heute mal oder entschuldigt euch heute mal für irgendwas, ne? Ey, das haben einfach mal tausend Kids gemacht in Deutschland. Ich hab so krasse Nachrichten bekommen, ich hab so krass, war so befriedigend, weißt schon, ich hab meiner Mama einfach gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, und dann hat sie mich angeschaut, so, wir waren in der Küche, und dann hat sie mich um abt, hat sie mich nicht losgelassen, ich musste eigentlich los, aber dann hab ich gewartet, bis sie mich losgelassen hat, so, ey, Respekt, und das ist so, ich wünsche mir, dass die Rapper mit mir sprechen werden, weil ich hab viele Ideen, wie wir ihr, ihr, ey, das sind Kids, Mann, die Kohle im Rap kommt nicht von dir und mir, die Kohle im Rap kommt von den Kids tatsächlich. Am Ende des Tages durch die Konsumenten, genau. Genau, und auch wenn wir Konsumenten sind, es kommt, der Großteil kommt durch die jungen Konsumenten, weil die den Merch kaufen, weil die die Box kaufen und mit der Maske drin oder was auch immer und so. Lasst uns, lasst diese Kids nicht alleine, weißt schon, lasst diese Kids nicht alleine mit einem Text, in dem Mütter gefickt werden und Raubüberfälle gemacht werden, von dem ihr aber schon wisst, ihr es schon differenzierter seht, weil sonst hättet ihr euch nicht hingesetzt, um zu schreiben. Ich sag manchmal, böse Menschen haben keine Lieder. In meiner Hochphase hätte ich niemals einen Text schreiben können. Weißt du, wenn du folterst und Blut an den Händen hast, bist du nicht gerade so, dass du jetzt jemand anderen unterhalten willst. Das heißt, wenn ihr schon schreibt und wenn ihr euch das schon hilft und ihr euch schon hinsetzen könnt, dann seid ihr schon an einem Punkt, der auch noch mehr transportieren kann. Und das müssen wir auch weitergeben. Wir dürfen nicht nur den Text so, bam, und ich gehe rein in den Laden und das und das und das. Nein, auch wie ist es dazukommen, wie steht ihr heute und so, wie seht ihr das? Und ich glaube, die meisten wollen das, sie haben nur vielleicht keine Plattform und dieses Problem mit Image und so. Und ich möchte gerne da was machen. Ich habe auch ein Hip-Hop-Projekt mit den Sichtweisen, wo wir, Sichtweisen ist der Verein, für den ich arbeite, den ich gegründet habe, wo wir zum Beispiel ein Tonstudio einrichten, mit der Prämisse eigentlich Hip-Hop, weil das ist nun mal das. Die Leute sagen jetzt nicht, wir wollen Rock aufnehmen, sondern die wollen Hip-Hop aufnehmen. Dann gehe ich in die Schule, dann überzeuge ich einen Lehrer, muss ich immer einen, muss ich überzeugen. Einen brauche ich, weil es einen brauche ich, der das versteht, weil die meisten so, ja, wir, diese Musik, wir haben verboten, dass die die hier hören laut, also werden wir die bestimmt nicht machen. Und wenn ich den einen dann gefunden habe, dann bauen wir ein Tonstudio dort auf, haben das Budget von dreieinhalb, tausend Euro, dafür kannst du auf jeden Fall ein kleines Tonstudio machen, was richtig was nice ist. Wie du gesagt hast, nicht, dass die Mikros nicht funktionieren und das alles, sondern es soll schön sein. Es soll so sein, dass sie es auch, sie müssen mit aufbauen. Der Raum muss da vorher gerichtet werden. In der Schule, wo wir es gerade machen, in Baden-Württemberg, die haben jetzt gestrichen, jetzt wird so ein Tisch gebaut und so. Das machen wir alles vorher, dann kommt das Tonstudio rein und dann gibt es so diese Aufgabe, hey, baut uns ein, zwei Songs, baut uns einen Podcast und mit diesem Produkt gehen wir in sechs Wochen dann an die Bank in eurer Stadt, ans Rathaus in eurer Stadt, an das größte Unternehmen mit Auszubildenden an eurer Stadt. Ich werde mich hinstellen, werde das vortragen, wir werden das vorspielen und wir werden sagen, hey, wir brauchen das Geld für das Tonstudio. Schaut mal, das haben eure Kids gemacht, das ist euer Auszubildenden in zwei Jahren. Und wenn ihr es schafft, die Produkte so gut zu machen, dass wir das Geld kriegen, dann dürft ihr das Tonstudio behalten. Stark. Boom. Und unter uns gesagt, wenn sie es nicht schaffen, dann zahlen wir von den Sichtweisen das. Aber es geht um den Einsatz. Genau, diesen Einsatz, die Competition. Ihr könnt selber etwas erarbeiten und das Schöne ist, der erste Text, den er schreibt, ist trotzdem, ich ticke drei, ich ticke ein Kilo Koks und dann halt so, da sagst du so, ja, und der schickt mir das Video so, hat eine Kippe in der Hand noch dabei, während er so einrappt. Und ich so, ey. Wie willst du damit in die Bank laufen, Alter? Kannst du alle, erst mal nimmst du die Kippe weg, weil du bist 15. Und dann so, kannst du das auch, kannst du mir vielleicht irgendetwas geben, was nicht mit dem Thema Gangster-Ding zu tun. Und plötzlich kommt was. Plötzlich erfährst du sein, weißt schon, sein Vater ist schon weg, er hat ihn seit zwölf Jahren nicht gesehen, er vermisst ihn, bla bla. Und plötzlich kommt es und dann hast du wieder Rap. Cooles Projekt. Ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall nur an die ganzen Rap-Kollegen und Kolleginnen sagen, supportet den Shit. Geiles Projekt. Antwortet auf DMs, das reicht. Antwortet auf DMs, ja, macht nicht auf wichtig und schenkt Liebe, weil genau das ist ja das, was wir brauchen. Du siehst dieses schwarze Buch, Bro. Das ist mein Gästebuch. Hier schreiben alle meine Gäste rein. Was sie reinschreiben, trage ich dem nächsten Gast unbekannterweise vor. Wenn wir hier fertig sind, darfst du auch was reinschreiben für den Nächsten oder die Nächsten, je nachdem, wer kommt. Und jetzt gucke ich mal, wer da reingeschrieben hat. Als letztes, du siehst schon, haben schon ein paar Leute, waren schon ein paar Leute hier. Der letzte Gast war der Megalo. Kennst du Megalo? Sag dir was, ne? Und der lässt fragen, was sind für dich die drei wichtigsten Dinge in Anführungszeichen im Leben? Und er schreibt nochmal in Klammern, müssen keine Dinge sein. Also was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, Sachen im Leben? Alles Gute, Megalo. Okay, danke Megalo, Alter. Ähm, okay. Ich will jetzt nicht nur, weißt du, dieses Familienliebe-Ding so, tatsächlich jetzt für mich persönlich so, eine Sache, die meinen Charakter definiert ist tatsächlich so, in den Spiegel schauen können, also mir selber gegenüber ehrlich sein. Ohne das würde ich nicht funktionieren. So, das hat angefangen mit, ich konnte niemanden verraten, als ich in den Knast gekommen bin. Das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich mich nicht ändern wollte und deswegen niemanden verraten habe oder so, sondern ich hätte mich selber nicht mehr ertragen. So, bleibt euch selber, bleibt ihr selber treu. Das ist für mich so echt extrem wichtig, mir selber ehrlich gegen seinen Spiegel schauen können. Ähm, Loyalität. Loyalität denen gegenüber, na, das ist, damit würde ich jetzt auch Familie, Familie, Liebe und sowas umgreifen. Das ist für mich Loyalität. Loyalität ist einer, das ist der Grundsatz, nachdem ich alles gemacht habe, was ich in meinem Leben je gemacht habe, auch wenn es falsch war. Und auch wenn es heute richtig ist. Und eine dritte Sache noch, Mann. Mhm. Oh, okay. Also eine dritte Sache, die mich noch ausmacht und die, die ich finde, die, von denen wir alles mehr haben sollten oder so viel haben sollten, wie es irgendwie geht, das Mut. So, seid mutig so. Und damit meine ich jetzt nicht so, ja, klatscht jeden weg, auch wenn er größer ist als ihr, sondern ey, zum Beispiel, wenn alle nach rechts gehen und alle sagen, ja, wir ticken jetzt und wir hängen jetzt nur rum und wir machen nichts. Und ihr habt aber eigentlich das Gefühl so, ey, ich würde lieber Geige spielen, Alter. Dann versucht eine Geige zu kriegen. Oder ihr wollt lieber zu Hause sein und lesen. Dann bleibt zu Hause und lest. Das ist auch Mut. Mut. Also nicht nur rausgehen und die Tankstelle überfallen ist Mut, sondern auch zu sagen, ey, eigentlich ist es eine Scheiß, ich fühle mich an wie eine Scheißidee. Ich mache nicht mit. Also seid mutig. Dann haben wir es. Seid ehrlich. Also ich selber für mich. Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, Loyalität anderen gegenüber und Mut vor allem. Stark. Auf jeden Fall drei Attribute, die ich sehr, sehr wichtig finde, die ich auch teilen kann. Und auf jeden Fall geil, dass du Dinge nicht als Wertgegenstände definiert das, sondern als Charaktereigenschaften. Ich brauche gar nichts. Dinge, ich brauche gar nichts. Ich war reduziert im Knast auf nichts und das hat keinen Unterschied gemacht, ob ich in einem Palast bin. Es ist nur, du kannst im Knast glücklicher sein als der Typ im Palast und du kannst im Palast verkackter sein als Hartz IV. Krasse Worte. Ja, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon am Ende. Mein Gast heute war Maximilian Pollux. Checkt auf jeden Fall seine Podcasts. Haben wir gar nicht jetzt so viel darüber gesprochen, aber der Verweis ist da. Alles unten in der Infobox natürlich. Abonniert den YouTube-Kanal von ihm. Abonniert natürlich auch TV Straßensound. Aktiviert die Glocke. Macht Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Mein Name ist Burak. Das ist Rekord, mein Podcast. Und die letzten Worte widmen mich natürlich dir, Bro. Ey, lasst uns versuchen, gute Leute zu sein. Tut Gutes und erzählt den anderen davon. Das ist auch gut. Ihr müsst es nicht geheim halten. Tut Gutes, erzählt den anderen davon, dann machen die auch wieder gute Sachen. Boom. Perfektes Schlusswort. Mein lieben Freunde, das war es von uns. Ein dickes Peace. Macht's gut. Ciao, ciao. 這個是 Genau. girl ... Untertitelung des ZDF, 2020